Also starten wir im Poster Factory. So, die Hauptkünstler. Oh, die Originalmusik von Kangao. Wenn man den Namen richtig ausspricht. Das Ende der Strasse. Quincy, wer veranstaltet eine Party an so einem Ort? Warum überhaupt habe ich diese Einladung überhaupt angenommen? Schön. Nun, dann. Warum habe ich noch gleich die Einladung angenommen? So, also mit Shift und Mausentastatur. Ich kann noch rennen. Okay. Also wie früher ein ganz altes Spiel, also wenn man den nach vorne drückt, kann man nicht noch gleichzeitig links drücken, sondern nur separat. Ganz normal. Halt. Und mit der Leertaste kann man noch Sachen anwenden. Der rostige Briefkasten ist voll gestoppt. Ich glaube auch mit anklicken geht auch. Ja, genau. Genau, hier kann man so mit der Maus. Hier kann man auch noch rennen. Eine Blume. Wunderschön. Ich glaube, ich kann auch so laufen theoretisch mit der Maus. Hallo? Und die Musik ist weg. Warte. Beginnen Horrorgeschichten nicht immer so oder täusche ich mich? Oh nein. Ist es doch noch ein Horror-Mil? Aber vielleicht auch Liebeskomödien? Ähm. Nein. Meins nur Horrorgeschichten. Ja eben. Outlast ist ein gutes Beispiel. Man bekommt nichts mit und dann geht man rein und dann möchte man am liebsten schnell wieder raus. Ich finde es cool. Ja, ich kenne vielleicht die Musik nicht, aber es hat so einen kleinen Teil. Da. Dieser Sound, den man hört, ist so ähnlich wie bei den anderen Teilen. Finding Paradise oder To The Moon. Also es ist vom Stil her sehr ähnlich. Und es erinnert halt von der Nostalgie. Diese Brunnen. Da finde ich echt schön. Die Musik. Die ist immer gut. Durch den ganzen Regen läuft er rüber. Scheint als wäre er schon lange nicht mehr benutzt worden. Wenn ich so recht überlege, scheint diese ganze Ort ziemlich heruntergekommen zu sein. Leben hier wirklich noch Menschen? Äh ja doch. Das finde ich echt schön. Eben das halt. Die Melodien sich ein bisschen zusammenfügen. Hier. Der Floh. Blue Fox. Betreten verboten. Ein Trinkbechen. Ein Trinkbechen. Oh. Eine Rotte. Maus. Es ist leer und feucht. Okay. Sonst nichts? Okay. Ja. Hohen die. Ja. Ja. Aberocks. Ich bin glиров Jasmine. Die Eller Leute. Du bist in die Mor Really. Die Tempel. Deshalb wissen sie. Wieню cou descub libre. Dun, wie bist du . Ich bin der Te 04. Ich gebe ihm allein. Was passiert jetzt? 3 Uhr. Ja, es läutet und die Tore schliessen sich. Akt 1 und die Türe öffnen sich. Akt 1. Okay, okay. Hier lassen sie mich das für sie machen. Okay. Hm. Hm. Rika. Oh hallo junger Mann. Hey, ich habe eine Einladung zu der ähm... Bin ich überhaupt richtig? Natürlich. Sie sind nur der erste Gast, der tatsächlich hier eintrifft. Was würdest du mir sagen? Die haben nie mehr Einladung verschickt und niemand wollte kommen. Vielleicht auch zurecht. Sie sind nicht zu früh. Die anderen Gäste sind einfach nur spät dran. Äh... Äh... Liegt wohl am Regen. Ich bin noch... Oh verdammt. Entschuldigen Sie den Schmutz auf dem Boden. Ja. Echt schlimm. Bleiben Sie einfach für einen Moment stillstehen. Oh. Was? Wie haben sie das gemacht? Ja. War das Selbstreinigmodul XClean 2000? Oder eventuell doch das XClean 3000? Nein. Es war das XClean 4000. Super. Äh... Die Eigentümer möchten jetzt gerne keimfrei. Die scheuen keine Kosten wenn es um Sauberkeit geht. Gut verstehe ich. Eigentümer. Also sie sind nicht... Leider nicht. Wir sind nur ihre Bedientesten. Be... Bedientesten. Ausserwalter neben anderen Sachen. Äh... Apropos. Sie werden oben erwartet. Es wäre zu ihrem Vorteil wenn sie sie begrüssen würden. Sie mögen pünktliche Menschen. Oh. Alles klar. Ob ich meine wenn sie pünktliche Menschen mögen. Die alle die zu spät kommen. Ist mit denen. Versentlich sind wir die einzigen. Doch so typisch. Gehen wir doch raus. Geht das? Die Tür ist verschlossen. Warum ist sie von innen verschlossen? Okay. Oh. Die Uhr. Kurz nach drei. Aber eben. Das heisst... Hm. Wow. Ja. Wow. Schön. Schön, schön. Das Bad befindet sich zu ihren Richten. Wie? Um ihre Hände zu waschen. Keimfrei. Erinnern sie sich? Stimmt. Äh... Machen sie sich gemütlich aber würden sie sich bitte vorher die Hände waschen? Das Bad ist der erste Seitenangang auf der rechten Seite. Okay. Okay. Will ich den reden? Ist alles nach ihrem Geschmack? Nun, ich habe gerade erst... Äh... Ich bin gerade erst hier angekommen. Aber es ist sicherlich schick. Obwohl, wenn es ihnen nichts ausmacht. Wenn ich fragen darf. Warum ist draussen alles so überwuchert? Ich meine, im Gegensatz zu hier drin ist es wie Tag und Nacht. Ah, bitte entschuldigen Sie den Anblick. Der unaufhörliche Regen hat meine Bemühungen zunichtig gemacht. Oder vielleicht hat der Fuchs wieder das Laub zertrampelt. Ein buchstäblicher Fuchs? Fuchs wie ein echter Fuchs-Fuchs. Jawohl, äh... Komplett mit Ohren und Beinen. Aha. Haben Sie dieser... Blue Fox nicht gesehen? Nein. Ich glaube nicht. Nope. Sind Sie sicher? Sieht ein bisschen aus wie ein Hund. Spitze Ohren am Kinn und an der Schwanzspitze Weiss. Ja, ich weiss wie ein Fuchs aussieht. Ich meine mein Nachname... Warten Sie. War das draussen seine Einzäunung? Sie war offen. Ich werde noch verrückt mit ihm. Ich sollte besser... Wohl besser nach ihm sehen. Ja, sie hatten einen Fuchs. Wie das aussieht. Die Badezimmer sind an der Seite. Sie sollten sich die Hände waschen, wenn sie von draussen kommen. Dann tun wir das mal. Obwohl, ich möchte es kurz hier anschauen. Ein seltsamer Kristall, der von innen zu leuchten scheint. Okay. Oh, die Bilder. Stimmt, die können wir noch anschauen. Ein ausgefallenes Gemälde einer Dame mit einem ausgefallenen Hut. Wow. Wow. Das ist ja... Schön. Ausgefallenes Gemälde einer Engelsfigur. Also gehen wir mal unsere Hände waschen. Wow. Sieht alles so sehr schick aus. Wow. Da sieht mir noch etwas... Wie des Guten aus. Ja. Sehr ausgefallen, ja. Müssen sie wirklich auf Gold sitzen, um eine Sitzung durchzuführen? Ich weiss nicht. Schauen wir uns doch mal was an. Eine Kristallbadewanne. Eine goldene Toilette. Bis jetzt spüre ich es noch nicht, aber falls... werde ich diese Toilette zerstören. Okay, schön. Spiegelbild. Spiegelbild. Äh. Was bist du? Was bist du? Ich werfe das Hallo. Oh. Sir Fluvox geht es in seiner Einzahlung sehr gut. Sie haben mir für einen Moment echt Angst gemacht. What? Hä? Ich habe nichts gesehen. Und warum ist eigentlich die Haustür von ihnen verschlossen? Mal so nebenbei gefragt. Damit sie nicht in der Lage sind zu fliehen, wenn die Morde... Was? Wenn die Morde stattfinden? Ähm. Es war ein Witz. Ich habe ihr Herz hier... Aha. Aha. Okay. Sie haben kein Leitaktgefühl. Ja. Sie müssen meine Gefühle damit nicht verletzen. Ich habe nur versucht, die Stimmung aufzuhalten. Äh. Ja. Keine Sorge. Das innere Schlossdesign ist nur eine Sicherheitsmaßnahme für Sie und mich. Sicherheitsmaßnahme? Wenn Sie etwas benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Ja. Ich will hier raus. Okay. Dann nicht. Kurz noch drei. Hätte es sein können, dass die Zeit hier... So haben die Hände gewaschen. Sie sind immer noch oben. Machen Sie es sich einfach gemütlich. Ähm. 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 Ich film mal hier auch. Ein ausgefallenes Gemälde einer Dame, deren Auge ein Scheiben vor ihm folgen. Oh, pardon. Ich war nur eben in Gedanken. das ist meine meinen könig meinen eigenen bauen fangen wirklich der einzige schritt mit dem ich nicht nicht gerechnet habe okay schau diese schachtbild ist echt nett und alles aber können wir es endlich auf den punkt bringen machst du bei uns mit oder nicht nun wie ich sehe treffen die anderen gerade ein wenn ich einfach verschwinden nur weil du ausnahmsweise mal verlierst ich verliere nicht ich bin großzügig hallo mein name ist ok heisst ein laufendes schachspiel keine der uhren scheint sich bewegt zu haben hey sind sie einer der gastgeber nein ich bin ein gast ein gast aber wie heißen sie wenn sie wenn sie renard und sie was ist ihr lieblingsgericht wie bitte ihr lieblingsgericht haben sie eines ein steak sehr blutiges steak sagen sie auch die wahrheit ok gut es ist aber korte soll warte was wird das ich bin nur neugierig aber sie sagt ihren namen nicht also vor uns obwohl wir den namen ja wissen hey sie haben mir noch nicht ihren namen genannt mein name ist lindry schön eine einladen der flasche single malt und zwei gläser ein glatt einschränken und trinken ich auch warum nicht es ist nicht so einladen ich sollte nicht einfach das zeug von anderen trinken ja gut stimmt warte ich musste ich muss dich etwas fragen ich meine zuerst muss dir etwas sagen was denn deine jocke sieht toll aus ok danke und was wolltest du mich nun fragen vergiss es vielleicht komme ich später darauf zurück ok bis dann warum kurz noch drei immer noch wie geht es dir mir geht es gut aber nun dieser ort macht mich etwas nervös wie das ist das feuer nicht gemütlich ich weiss nicht es fühlt sich einfach ein bisschen komisch an du machst es dir hier aber schon echt gemütlich obwohl warst du schon einmal hier klar ich war hier schon sehr oft aber dieses ist mein erstes mal ah ja moment was verstehe ich jetzt auch nicht wie entschuldige aber könnte ich eben einen moment für mich haben bitte ich muss mich eben nur um etwas kümmern alles klar kümmern sich nicht um mich ich brauche nur um ok äh das ist ein bisschen weird dass sie sagt sie war schon ein paar mal hier aber das ist das erste mal hier hä sie widerspricht sich ja mit allem ok eine Sammlung von Preisen und Auszeichnungen eine Reihe von Verträgen verschwischen wurden server ähnliche Ausstattung und Beleuchtung in der Einstellung sind wir hier draus ok ok ah die Fenster scheinen das Licht von innen zu blockieren aha wow dieses Dimmer ist etwas anderes ja das ist wirklich etwas anderes eine kampferprobte Sofa das seine Wunden von Weitem verbirgt ein Plüschtier im Fischfuhl eine leere Schüssel ein glänzender neuer Spieltunnel so ist das ein geposteter Thron mit plüschigen Fächern an der Seite was haben wir denn hier ein kleiner Bronzenschlüssel vielleicht passt der für die Tür äh ich sollte den wohl irgendwie zurückbekommen äh ich wollte besser einen Weg finden den Schlüssel zu bekommen ohne meine Hand zu verlieren Finger an der Stick erhalten yay probieren wir es aus mit einem Stock äh das ist eine Katze das ist eine Katze äh das ist eine Katze ok 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 Door Key erhalten Spannend ich möchte in Ruhe gelassen werden ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut nein das kann wir jetzt öffnen ok ähm 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 Was ist? Hä? Arzobo ihn als Witz erzählt, nicht... Ich... Ähm... Ähm... Das ist brutaler als alle anderen Spiele von dem... Also die Vorgänge sind nicht so brutal. Ähm... Was? Lin-Ree. Und... Da ist es aus. Hä? Das ist nur Ketchup. Ähm... Genau. Hilfe! Irgendjemand! Hilfe! Ey, was ist passiert? Wir haben dich reinhören. Was ist an deiner Hand? Gut, ich habe mich eh nicht überall umgeschaut. In diesem... Plus. Ich sollte... Ich sollte es Ihnen sagen. Aber was habe ich da eben gesehen? Ja, da waren ein paar Tote. Seife. Schüssige Seife. Hm. Ja, sagen wir es. Ist irgendwas... Oben. Irgendwas ist dort geschehen. Was meinst du damit? Sie sind tot. Ich habe es gesehen. Ich weiss nicht wie, aber ich... Ich will damit sagen, ich öffne dir die Tür und sie sind angekommen. Was? Oh Gott, du bist hier. Äh, gut. Hä? Willkommen und fühl dich wie zu Hause. Das hat jetzt mit dem Glockenschlag zu tun. Was zum Teufel? Warte, vielleicht sehe ich nur Dinge. Vielleicht sind sie nicht wirklich da. Äh, die sind alle noch Putzwunter. Ich meine, nein, warte. Das ist gut so. Vielleicht habe ich mir die Leichen nur vorgestellt. Aber wie habe ich... Ich wusste nicht einmal, wie sie aussehen. Geht es dir gut? Es sah so aus, als wärst du geistig weggetreten. Ist irgendwas? Ist dein Blutzuckerwert zu niedrig? Ich, nein, mir geht es gut. Ich meine, ich weiss nicht was. Es ist Zeit. Ihr beide sollt besser gehen und euch fertig machen. Was? Linri? Hä? Was? Hallo? Hast du gesehen, was passiert ist? Was gescheh... Tut mir leid, kenne ich dich? Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Sind wir uns irgendwo schon einmal begegnet? Hier, wir haben uns hier genau hier getroffen. Ich meine, nicht genau genommen hier, aber in diesem Haus. Wovon sprichst du denn bitte? Ich bin gerade hier angekommen. Aber oben hat es mich gefragt, was mein Lieblingsgericht ist und mein dunkles Geheimnis. Okay, du machst mich gerade wahnsinnig. Warte eine Minute. Hast du zufällig einen Zwilling? Bitte belästern Sie die anderen Gäste nicht hören. Oh, was für einen grausigen Himmel wird er draussen haben. Sag mir, dass du jemanden hast, der sich um das Chaos kümmert, Liebling. Keine Sorge, Frau. Oh, Jua. Dren Sie einfach auf das automatische Reinigungsmodul und alles wird sich im Handumdrehen erledigen. Automatische Reinigung? Was ist mit der eher praktischen Herangehensweise geschehen? Ist ja ein fähiger Bursche zu sein. Es kamen sehr viele Leute. Meine Güte, ich bin so durcheinander. Und wenn ich daran denke, dass ich dieses Kleid anzog, nur um Schlamm über den ganzen Bohnen zu verteilen. Keine Sorge, gnädige Frau. Es gibt nichts, womit unser X-Clean 4000 Super nicht fertig wird. Wow. Wundervoll. 4000? Der ist doch schon antik, oder nicht? Äh, für deine Einrichtung dieser Art, hatte ich mir Besseres erwartet. Das haben sie richtig zur Kenntnis genommen für Armstrong. Oh, deine Wangen sind einfach so süß, wenn du das sagst. Okay. Schön. Junge, da draußen schützt es wie aus Eimen. Verdammt, ist das die X-Clean 4000 Super, die ich dort sehe? Hervorragendes Auge, hör, klick. Natürlich, ich würde gerne einen davon mit nach Hause nehmen. Zusammen mit dem, was sie hier drüben zusammengebastelt haben, falls die Gerüchte wahr sind. Sicher, wir werden versuchen, sie nicht zu enttäuschen. Okay. Wer sind diese ganzen Leute? Sie sollen bald fertig sein. Bedingt uns nicht noch ein wenig. Kann ich noch weg? Ich sollte Linri fragen, was hier geschieht. Warum tun wir das? Ähm, entschuldige mich. Äh, du schon wieder. Wieder? Erinnerst du dich? Nein, bitte lass mich allein. Dich bereits sagte, Linri. Und ich denke, du wirst die sehr interessant finden. Oh ja, natürlich. Über was sprachen wir noch gleich? Also, weil unter dem Kühlschrank das zweitmeiste Eis zu finden ist. Äh. Aber wie du erkennen kannst, Linri, mein Team hat die Industrie revolutioniert. Tut mir leid, über welche Industrie sprechen wir? Natürlich, entschuldige, bei Gedanken machen sie sich manchmal selbstständig. Das ist der ewige Flucht des Genies. Ich muss es einfach langsam erklären. Interessiert sich für ein Thunfischröhrchen? Ich bin nicht in dieser Stimmung für ein... Ich meine, werde ich hier langsam verrückt? Nein, mein Herr. Diese Röhrchen riechen wirklich so gut. Ich meine, wirken dort oben. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich dort... Warte, einmal standen dort diese ganzen Leute. Mein Herr, ich weiss zwar nicht, was mit ihnen geschieht, aber... Es klingt ganz danach, als ob sie ein Thunfischröhrchen vertragen könnten. Mhm. Wissen Sie was? Gut, geben Sie mir deine... Okay, das hat geholfen. Ich weiss. Ja, wir nehmen nochmal eins. Aha. Warum fragst du denn? Ja eben, warum fragst du denn überhaupt? Was ist denn hier? Es ist egal, kein Bock zuzuhören. Was ist denn hier? Was ist das? Das würde ich auch gerne wissen. Ein funktionierender Vintage-Platten-Spieler. Hier gibt es ein paar Knöpfe. Aktivierung, Ausrufezeichen, eins. Äh, hey. Hallo? So also, was machst du hier so? Reis-Bot hat zwei Zwecke. Den besten Reis kochen und emotionale Unterstützung. Ja, ich benötete tatsächlich gerade emotionale Unterstützung. Wie kann es mir da helfen? Eine differenzierte Frage hängt von vielen Faktoren ab. Wow. Was macht dir Sorgen? Reis-Bot hat zwei Zwecke? Ja. Und die Lösung ist Reis. Reis. Ja. Reis. Möchtest du etwas? Nicht jetzt. Danke. Okay. Den besten Reis. Den besten Reis zu kochen? Doch, dort. Ich meine, woher willst du denn wissen, dass du den besten Reis kocht? Wer weiss. Reis-Bot sagt das. Aber du bist der Koch. Reis-Bot ist Reis-Bot. Du bist nur Quincy. Du bist nicht Reis-Bot. Reis-Bot kennt Reis. Dies ist bekannt. Okay. Okay. Sheesh. Moment. Woher kennt das Ding meinen Namen? Es scheint, als könnte Reis-Bot nichts für dich tun. Winterschlaf eingeleitet. Reis-Aufwärm-Modus. Winterschlaf. Das war echt speziell. Ja. Okay. E. M. Okay. Also dass er noch sagt. Ja. Reis hilft alles. Tür ist verschlossen. Die andere sieht offen aus. Liebling, wenn das, was in diesem anderen Raum liegt, auch nur die Hälfte von dem ist, was uns versprochen wurde. Nun. Ich nehme nicht an, dass du dich für die technischen Details interessierst, oder? Oh, natürlich. Tatsächlich tue ich das. Dieser Dingsbums-Zeug war für mich schon immer eine grosse Leidenschaft, wenn ich dazu nur die Zeit hätte, natürlich. Ich meine, wie sonst würde mein Meerscheibenspiegel funktionieren? Ich freue mich einmal, meinen Bruder zu sehen, das Geld auszugeben. Ah ja. Erst gestern hat er einen Blick auf meine tollen, rubinverkrusteten Schuhlöffel geworfen und sagte, Schwester, ich habe mein Leben nicht mit harter Arbeit verbracht, um das geerbte Vermögen uns als Vater einmal auszugeben. Ich wage zu haben, dass ihr gemeinsamen Gelder der Menschheit jetzt besser dient als zu Hause. Dann vielleicht brauche ich einfach nur mal frische Luft. Mir wurde gesagt, dass ich hier ein beneinswerter Geldstrom fliesen würde. Aber wenn ich mich hier so umsehe, Idina, und ich werde 80% des Nettovermögens, des Reinvermögens in diesem Raum ausmachen. Schön. Ja. Hm. Äh. 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 Nur, was geschieht hier gerade? Werde ich langsam verrückt? Oder vielleicht ist es einfach ein Déjà-vu in Verbindung mit einem schlichten Traum? Ja, ich bin gestern einfach zu spät ins Bett gekommen und dann im Bad eingeschlafen. Linri. Oh ne, du schon wieder. Entschuldige, ich wollte nur... Sieh mal, ich möchte nur auf die Toilette gehen. Verfolg sie. Wenn du damit nicht aufhörst, dies. Warte mal. Riesst du etwas? Ja, das ist... Ist das... Rauch? Rauch? Äh. Ich sollte helfen. Nö. Das kann warten. Okay. Aha. Also nichts Schlimmes. Wieder zu viel nachgedacht, hä? Was geschieht hier? Ich habe keine Ahnung. Das Geheimnis einer sauberen Küche ist ein guter Reinigungsplan. Ein guter Reinigungsplan startet mit dem Boden. Eine Fliese nach der anderen. Die Gäste sind da. Wir haben keine Zeit. Sehr wenig. Wir brauchen mehr Küche. Äh. Kann ich vielleicht helfen? Nein. Dann beschwere dich nicht. Ganz einfach. Ganz simpel. Eine silberne Samovar. Das Geheimnis am besten Gewürzmittel. Nun, es ist super frischer Knoblauch. Und das Geheimnis am frischen Knoblauch ist, ihn wachsen zu sehen. Sehr tiefsinnig. Der Topf ist der Wahnsinn. Okay. Na gut, dann. Ah. Ein vertikaler Ofen, der bei maximaler Kapazität brät. Schalt ihn aus. Ja. Ja, ausgeschaltet. Sehr schön. Man, dieses komplette verrückte Haus ist nur... Hä? Hä? Also, wie geht das? Ähm, war das... Aber, aber sie... Sie kam von der Toilette. Sie kam gerade hier raus. Genau. Hat sie irgendwas hingelegt? Versteckte Wände? Wände waschen wir gleich nochmal. Und dann? Nein, das ist absurd. Ich habe sogar das Gefühl, es könnte sogar sein, dass etwas mit dem Glockenschlag zu tun hat. Aber okay. Eigentlich würde ich ja rausgehen. Geht, glaube ich gar nicht. Immer noch kurz nach drei. Vielleicht will ich sogar Zeit reisen. Ja gut. Linri. Okay. Die Musik ist anders. Die Tür ist verschlossen. Es gibt eine kleine Aussparung am unteren Rand. Es ist schon wieder verschlossen? Okay. Äh. Ja gut. Hä? 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 Die wurden uns doch verarschen. Wie konnte das nochmal passieren? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht sehe ich einfach nur Dinge nach all dem. Ja, diese Halluzinationen geraten gerade richtig ausser Kontrolle. Gut. Oh. Herr Reinhard. Haben Sie den Professor mittlerweile getroffen? Oh. Ja. Ich glaube, Sie sind hier drin. Super. Danke. Schreiz jetzt? Sei bitte eine Halluzination. Bitte eine Halluzination. Oh. Sie schreit. Das heisst diesmal nicht. Das heisst jetzt ist es echt. Aber vorhin was? Hat das schon vorgeahnt? Ich muss dem auf den Grund gehen. Ja gut. Hä? Also. Ähm. Ich frage mich jetzt eben gerade. War das vorhin? Einfach nur so eine Vorahnung. Dass wir eigentlich wussten, dass sie vielleicht sterben werden? Wieso? Wie Zeit? Also ja so. Hm. Ja, wir können jetzt hier nur vermuten und Rätsel und so weiter. Aber ja. Oh Gott. Oh Mann. Es ist endlich geschehen. Meine Kochkünste haben die irgendwie getötet. Nein. Hat er das Milligrate gegessen? Nein. Aber was macht das jetzt noch aus? Nun. Die ist gar nicht ansprechbar. Aber vielleicht geht es wirklich darum, dass man sie... sie töten wollte, weil sie sehr viel Geld hatten oder so. Typisch ein Krimi-Roman. Das Erbe und dann... waren sie einfach nur sehr viel Geld. Leer. Ah klar. Sie aufwickeln. Hey. Psst. Keine Ahnung was es uns bringt. Können wir das öffnen? Die Tür ist verschlossen. Hm. Ich dachte ich habe vorhin den Schlüssel für die Tür. Das heisst wir haben den Schlüssel nicht nochmals. Okay. Mhm. Ich möchte nur reden. Ah. Vielleicht können wir hier etwas anstellen. Mit einem... Sie läuft immer so herum. Die Katze. Das ist scheisse. Er mag nicht mehr. Er hat keinen Bock mehr. Okay. Okay. Was ist denn hier? Die Tür ist verschlossen. Okay. Das kann man nicht reinschauen. Okay. Hier vielleicht brauchen wir noch was um die Katze. Ab ich mit dem Fisch? Du wirst nicht aufheben. Der Katze. Ja gut. Lassen wir es mal. Lassen wir es mal sein. Nein. Die möchte nicht reden. Alles wird gut. Richtig? Das FBI ist bereits auf dem Weg. Und die bringen dann die SWAT und PETA. Die bringen alles mit. PETA. Ja genau. PETA. Mhm. Und die bringen dann die SWAT und PETA. Ja die sagen das weil ich die Katze aufgeweckt habe. Also PETA. Ja. Böse. Ich werde ehrlich sein. Wenn sie mich fragen. Werde ich sagen. Einer von euch Gästen hat es getan. Es sei denn. Natürlich. Einer von uns nutzt diese einmalige Chance. Es stattdessen so erscheinen zu lassen. Ich meine. Wenn ich dieses abscheuliche Verbrechen begehen würde. Wäre ich genau so vorgehen. Okay. Warte mal eben. Habe ich es getan? Was? Hä? Warum hinterfragst du es selbst? Hä? Ich glaube nicht dass ich es bin. Aber die Methode der Zeitpunkt. Nein nein. Das sieht von mir nach einem Mörder aus. Also nach mir. Okay. Fun. Einfach nur fürchterlich. Die Kochschule hat mich nicht auf so etwas vorbereitet. Ja. Niemand bereitet mich auf so etwas vor. Wenn jemand umgebracht wird. Und ich gesagt. Hey. Dann pflanzt das und das. Boah. Krankenwagen. Ja. Ja. Aber ich denke nicht dass sie noch atmen. Was ist das? Feuerwehr? Nun. Automieren sie alle. Ähm. Ja. Feuerwehrautos bitte auch. Okay. Ja. Ich weiss es ist abgelegen. Aber bitte beeilen sie sich. Ähm. Also ich habe das Gefühl das hat etwas mit den Uhren aus sich. Und dass sie vielleicht wirklich eine Doppelgängerin hat. oder eine Filingsschwester. Reicht. Meinst du was seltser bist? Wenn nur vier Leute hier leben. Warum benötigen sie dann drei Köche? Wir haben keine Zeit für Witze. Was hast du vorhin oben gemacht? Es war kein Witz. Und was meinst du damit? Ich habe gesehen wie du vorhin von oben herunter gekommen bist. Kurz bevor ich die Leichen mit dem Schwenkern habe. Aber ich kam nicht von oben herunter. Ich war in der Küche. Nun ja. Okay. Das habe ich auch gesehen. Dein Geplapper macht gar keinen Sinn. Ich plappere nicht. Ich weiss. Schau mal. Wir alle müssen uns einfach beruhigen. Das ist eine Menge zu verdauen. Kann man da nicht so... Okay. Ein blutverschmiertes Schachbrett. Bitte halten sie sich zurück und bewahren sie einen respektierlichen Abstand. Oh bitte lieber. Ich habe damals meinen gerechten Abteil an Leichen gesehen. Aber weisst du was? Seltsam ist. Ich habe noch nie Wunden wie diese gesehen. Und erst ihre Augen. Es ist fast so, als hätten sie etwas Schreckliches gesehen. Okay. Es sind keine Schussverletzungen, geschweige denn Stichverletzungen. Bitte treten sie zurück. Wir wissen nicht, ob diese Körper gefährlich sind. Oh hör auf mit deinem Gelaber. Es ist nicht so, als würde ich sie anfassen. Wirkst steif. Es ist 15.26 Uhr. Okay. Ja. steif warte wohin willst du ich gehe mir nur die beiden vertreten eigentlich als hier auch kam und das sah warst du die einzige person hier oh nein ist das war was haben sie hier gemacht also ich war gerade dabei mir die beine zu vertreten nun eigentlich nein ich habe sie verfolgt nachdem sie die köche verlassen hat wenn ich hier nach oben gefolgt und entschuldigen sie aber die frau war die ganze zeit bei uns hier in der küche ja genau wir sind gerade alle gemeinsam hierher gekommen warum lügen sie herr reina gibt es irgendwas was sie uns sagen wollen ja ich habe zwei personen gesicht ich lüge nicht ja sie ging auch nach oben ich würde ich habe es gesehen vielleicht sollten sie sich erst einmal hinsetzen ich denke sie sollten nirgendwo hingehen nein ich kann dies erklären lassen sie es mich erklärt ich denke ich kann oh nein rain ja in die toilette verstecken ja warum laufe ich weg ich habe nichts falsches getan ja das stimmt schon dass er nichts falsch getan hat aber das problem ist halt wieso man kann dass man irgendwie ja die zeit zurückdrehen kann vielleicht es ist echt lächerlich so etwas zu denken aber ich glaube der punkt ist er denkt immer sobald wir hände waschen wird die zeit zurückgedreht könnte durchaus sein okay 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 das heißt immer dann das klopfen jetzt hat aufgehört okay jetzt ist wahrscheinlich nicht der beste zeitpunkt dafür okay okay das heißt so können wir die zeit zurückdrehen die tür ist offen hallo hallo ich komme bitte sie hallo habe ich jetzt wirklich getan habe ich die zeit zurück gesetzt ich glaube ja das ist genau das gleiche wie vorhin ich habe nur eine frage findest du es merkwürdig dass sie so viele köche hier beschäftigen so viele köche keine ahnung wie viele haben sie denn beschäftigt wie ich bereits erwähnte lindry ich denke dass du extrem faszinierend finden wirst oh ja natürlich was brauchen wir doch gleich also weil die meisten katzenhaare in den üblichen mülleimer entzogen werden sehr spannend team sie erinnert sich wirklich nicht oder eventuell behauptet sie dies nur okay das heißt wir müssen sie eigentlich so irgendwie und dass sie uns unterstützung glaubt und ähm mit den köchen dass sie eigentlich meint das sind eigentlich zu viele was sagt ihr jetzt ein schönes geldstrom 90 prozent 90 prozent aber er redet über etwas anderes ja das stimmt ja er redet nicht mehr über das gleiche wie vorhin über die physik ursprung und so weiter was ganz anderes stimmt schon auch ja wie lange wollen die uns noch warten lassen bist du auch ängstlich eigentlich nur gelangweilt ja die sagen auch was anderes der ist im weg nur noch ein bisschen mehr die schalplatte wir wissen immer noch nicht was hier drin ist der Reis in der Thunfischrolle wurde vom Reispot zubereitet oh niedlich haben sie es gegessen ja es war lecker danke nur lecker für die kann man sterben ok so wie du das ausdrückst ist es angesichts der Umstände beunruhigend japp jas die Tür ist verschlossen die geheime Zutat ist Reis ah der Bott es ist zu viel ok ich kann das hier ich kann das herausfinden ich muss nur nachdenken ich habe gerade oh nein nein warum nein warum es wird er wieder verdächtig weil er er findet immer zuerst die Toten als erstes oh in Ordnung vielleicht komme ich damit nicht klar ja der auch nicht der Koch wo ist Lindri ich werde sie direkt fragen unser kracht sieht auch sehr sehr müde aus ich verstehe es nicht es könnte der Grund dafür gewesen sein heimfreindlich aber das ist zu viel ich kann das nicht glauben Dr. Yu, Dr. Haynes wir können das getan haben ich finde es einfach spannend dass ähm drei Personen also einer der Köche hat gesagt ja also falls da würde es einer der Köche hat könnte ich sie anstellen ähm töten weil die Wahrscheinlichkeit eher auf die Gäste also ja ähm dass die Gäste eigentlich beschuldigt wären und nicht die Köche das wäre auch ein bisschen merkwürdig das zu sagen aber ja was wird mit mir geschehen und noch wichtiger was wird mit meinem Knoblauch oh mein Gott dein Knoblauch kann uns scheiss egal sein ok sie beiden sollten mal langsam etwas ruhiger werden vor allem sie und als ich durch die Tür ging da ist es passiert der Feierstoffe meiner Hose fing sich im Griff und hat sein zartes Futter zerrissen und dann habe ich die Leichen gesehen schrecklich haben sie etwas ungewöhnliches bemerkt als sie die Leichen zum ersten Mal gesehen haben ja das habe ich tatsächlich sie waren tot gut schön ja wow dann würde ich die Finger abdrücken und alle Beweise die es mit mir verbinden wegwischen theoretisch äh theoretisch ok aber haben sie etwas gesehen das bei diesem tatsächlichen Fall helfen könnte was das wird helfen sie erhalten direkte Theorien von mir einem theoretischen kriminellen Drahtzieher mein Herr ich glaube wir benötigen ihren Namen und Ausweis ja also über die Köche bin ich ein bisschen merkwürdig hier keine Ahnung wo reise ich zusammen Junge welcher ausgebildete Koch hat nicht ein oder zwei Mode überstanden was du probierst dich selbst Autsch was haben wir jetzt da für eine auch wieder kurz nach drei Tür ist verschlossen es gibt bestimmt andere Wege diesen Ort zu verlassen ja das gibt's stimmt ähm vielleicht ist sie hier ist verschlossen ist jemand da drin bleib weg das ist mein Versteck oh ok äh das könnte ein Problem sein ok aber ich denke ich sollte sowieso zuerst Linri finden ja gut äh hier ist nichts äh nr nichts mehr ok mhm 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 m olika d輕 die Enttäuschung hat sie auch hier hergebracht Enttäuschung? ich meine was in den nächsten Zimmern geschah ist schockierend und so aber es ist nur eine schande dass es ein scheinbar faszinierenden anfang stören könnte ein faszinierender anfang du meinst du weisst was das für ein ding ist nicht die details aber das briefing bei der nda unterzeichnung sicher warte hast du das nda nicht unterschrieben und ich wasse dies das als ein nein auch nun ich kann nicht viel sagen aber hier ist ein hinweis das ding macht dich fertig wow okay vielleicht ist wie ein roboter wieder so ein 3000 keine ahnung was alles fegt oder so gehen wir mal hoch hier kann man auch so große mt display scheint von ihnen zu leuchten wo ist der eisboot ja stimmt ja der kocht die ganze was machst du denn hier draussen die ganze zeit hättest du kommen können und ganz von selbst losziehen warte eine minute könnte es sein genau genau die katze war es die katze ist der mörder ja töte mir die katze ähm nein nein das kann nicht sein das ist dumm und die katze ist weg ey wo ist sie hin äh katze tür ist verschlossen das ist neu es ist offen oh mein gott es ist wahr warum ist die katze so gross wie bitte warte nein das ist nicht was deswegen ich hergekommen bin um zu fragen weisst du was ich werde es einfach frei heraus sagen es gibt zwei von euch das ist richtig ich habe es gesehen du warst an zwei jahren auf einmal außerdem denke ich dass das was dass das was specken und bedammte zeit rücksetzungen veranstaltet ich will ja nicht und täglich grüsst das mobiltier sagen aber da geht etwas verrücktes vor sich die ist klar wie verrückt du klingst ja oh glaub mir das weiss ich ich meine bin ich verrückt vielleicht aber ist das verrückt auf jeden fall ich weiss nicht was du von mir erwartest zu sagen beantwortet mir nur dies hast du irgendeine ahnung wovon ich spreche ganz und gar nicht ah du lügst wie kommst du darauf nun schauen wir mal da unten liegen leichen du bist allein und ein fremder nähert sich mit verrückten geschichten wenn du bei all dem nicht mitmachst wieso rennst du nicht weg und wohin sollte ich fliehen ich weiss es nicht irgendwie weg von mir schau um ehrlich zu sein du machst mir angst aber mehr auf eine seltsame art und weise als ich weiss nicht aber ich glaube einfach nicht dass das dass das dass das du der mörder bist oder so woher weisst du das du kennst mich nicht und in anbetracht der umstände sogar ich würde denken ich könnte der mörder sein ich bin mir nicht sicher es ist nur ein gefühl da ist etwas an dir ich habe nur den eindruck du kannst nicht der mörder sein ok ich weiss dass du etwas gutes sein soll aber warum fühlst du dich ein wenig entmännlichen entmännlichen dann nun warum läufst du nicht weg vor was vor mir warum äh warum sollte ich vor dir weg laufen ich meine ein mysteriöser ein mysteriöser da kann ich dir nicht widersprechen aber ich glaube ich spüre dass es hier auch um dich geht ich meine das ist so verrückt dass ich das gefühl habe ich würde es immer noch verleugnen aber du hast etwas an dir das mir das gefühl gibt dass du auch nicht der mörder sein kannst bring mich hin was das waschbecken unten du hast gesagt es setzt die zeit zurück du glaubst mir nein mach dich nicht lächerlich aber in anbetracht der umstände würde ich gerne sehen was dich zu diesem verhalten bringt also gut ich denke das ist das beste was ich mir erhoffen konnte komm schon ich zeig's dir kennst du diese katze wir haben uns vor fünf minuten getroffen wenn das zählt denkst du er ist der täter nun schaut nach einem spielzeug auf dem teppich da drüben aus was wahrscheinlich nicht aha oh warte da ist tatsächlich eines eingepostet dann gehen wir zurück wo können wir hier hier ist verschlossen wir können jetzt auch nicht rennen da gibt es ein problem bleiben sie zurück lass es mich versuchen Hey, ist alles in Ordnung da drin? Hau ab, ich lasse niemanden rein, bis meine Bodyguards hier sind. Schon gut, ich verschwinde. Könntest du jetzt einfach alle fünf Minuten oder so an die Tür klopfen? Was? Warum? Nur damit wir wissen, dass du noch lebst. Natürlich. Ich meine, du bist ganz allein da drin. Wenn etwas passiert, würde es niemand mitbekommen. Und wer weiss, ob es noch andere Eingänge gibt. Diejenigen, die ausgegrenzt leben, sind schließlich Leichtziele. Tatsächlich, dieser Murder-Podcast, den ich gerade gehört habe, besagte. Und sie rennt davon. Na, schau mal einer an. Warum hörst du Mord-Podcasts? Es ist kompliziert. Es ist immer kompliziert. Also, zuerst gehe ich immer baden, dann auch auf die Toilette und dann die Hände waschen, genau. Also. Wirst du es tun? Ich werde es tun. Äh, eigentlich, warte. Was? Du kannst dir nicht die Hände waschen, wenn jemand zuschaut? Nein, es ist nur... Was dagegen, wenn wir das zusammen machen? Ah, ja gut. Dann kann es auch beweisen. Da sind eigentlich beide dann drin. Warum? Ich meine, vielleicht gibt es auf diese Weise eine grössere Chance, dass wir beide durch die Zeit reisen. Ich weiss nicht wirklich, wie waschbeckenbezogenes Zeitreisen funktioniert, aber... Ich bin es einfach leid, die einzige verrückte Person zu sein, jedes Mal, wenn ich aus diesem Bad komme. Ich hoffe, das ist kein abgekartetes Spiel, um etwas Schräges mit mir zu versuchen. Doch, immer, ja, ja, bildet dich nicht darauf ein. Es gibt Leichen da draussen und ich bin nicht in der Stimmung. Und? Komm schon. Hände waschen. Hände waschen, du geh da. Warte. Was? Nur für den Fall, dass das nicht funktioniert. Kannst du mir ein Geheimnis verraten, damit es leichter ist, dich davon zu überzeugen, dass wir uns schon einmal getroffen haben? Du klingst von Minute zu Minute skruriler. Ich weiss. Lavendel. Wie? Einfach. Lavendel. Okay. Hey, der war schon. Hey, der war schon. Warte. Oh, mein. Ach, kommt schon. Was? Du sagtest, du hast mich in diesen anderen angeblich Zeitlinien getroffen. Ja, ich dachte, du glaubst nicht daran. Tu ich nicht, aber... Ist egal. Schau, ich bin nur neugierig. Was hab ich dir erzählt? Nun, wir haben nicht wirklich viel geredet, aber... Oh, du sagst doch, es gäbe etwas, das du mich fragen und mir zeigen wolltest. Das war das erste Mal, dass ich dich gesehen habe. Ich glaube, ich glaube ich. Hm. Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Okay, bringen wir es hinter uns. Schön. Ach, gosh. Warum? Warte. Wie oft möchte ich nur herauszügen? Was? Schon gut. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist das anstrengend? Okay, dann mal los. Endlich. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Wui. Sollte irgendwas passieren? Keine Ahnung. Ich denke, vielleicht ist es schon passiert. Die letzten paar Male habe ich einfach das Wasser aufgedreht und musch wie so die Hand. Und schloss meine Augen so. Dann öffne ich meine Augen und ging nach draussen. Und sie ist weg. Lindri. Es hat nicht funktioniert. Äh, hey. Also ich verstehe den Punkt, warum man es austesten wollte. Gibt es Sinn? Weil dann wäre es ein bisschen einfacher, alles zu erklären. Aber irgendwie scheint es nicht zu, dass es geklappt hat. Es wurde wieder zurückgesetzt. Also das klappt schon. Vielleicht nur wir. Ich schätze, ich bin überhaupt der Einzige, der das Waschbeck benutzen kann. Ich glaube auch. Wenigstens ist es jetzt einfacher, mit Lindri zu reden. Sie sollten immer noch im Partyraum sein. Aber das heisst, wir sollen uns doch jetzt umschauen, wie wir doch rauskommen, oder nicht? Es ist 15.25, das heisst eigentlich gleich hier müsste ich schon, wenn sie schon tot, da waren sie schon tot. Hier ist Verschluss. Okay, okay, okay. Äh. Vielleicht hier. Ist nichts. Was zum. Haben sie mittlerweile endlich das Essen vorbereitet? So wie es aussieht, ja. Okay. Haben sie es mal hingekriegt? Ähm. Hallo? Was? Dieses Licht. Es ist so hell. Woher kommt es? War dort eine Leuchte angebracht? Äh. Das Ding ist immer noch hier. Aber der Reisboot ist nicht mehr hier. Okay. Ähm. Dann schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir eine Antwort. Oh mein Gott. What the heck? Was zum Teufel? Was passiert hier? Ja. Ähm. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Ähm. Hä? Aber warum? Ist das alles mit den verschiedenen Zeitlinien? Wo wir es verkackt haben? Da sind sie schon gestorben? Es gibt auch verschiedene Zeitlinien. Und bei dieser Zeitlinie sind sie auch gestorben. So viel? So oft meine ich. Ähm. Oh mein Gott. Wie viel. Was ist dieses Gefühl? Ähm. Was? Oh mein Gott. Ich bin plötzlich so schnell. Warum bin ich jetzt so schnell? Die Tür ist verschlossen. Warum bin ich jetzt so schnell? Ich habe Angst. Das ist ehrlich. Hä? Äh. Die Tür lässt sich nicht öffnen. War das nicht so? Hä? Was passiert hier? Oh, du warst plötzlich so schnell. Oh mein Gott. Ich habe... Oh. Ja, ja. Ich kann die Uhr auch nicht anschauen. Nein. Jetzt ist es offen. Wie viel denn noch? Hä? Alle werden hier auch gemäßt oder wie? Tür ist verschlossen. What? Tür ist auch verschlossen. Was? Was? Was ist hier passiert? Hier ist nichts. Also ja. Aber nein, eigentlich nicht. What? Was ist das? Hä? Hä? Was passiert mit mir? Was passiert? Was passiert mit mir? Ähm. Hilfe. Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Was zum... Ah, jetzt sieht sie uns etwa 30 Mal oder so. Ach du Scheiss. Hallo. Die schreit. Ähm. Schon einer von euch hat genug Ärger gemacht. Ah, das heisst, ich beherrsche deine Fähigkeit. Ach so. Was zum Hinkern? Okay, da hat sie uns immer noch verdumm verkauft. Hä? Hä? Hey, warte. Ohne Witz. Warte. Das heisst... Ok, das heisst, es hat geklappt. Hey. Lieden rein? Was ist, was ist, was ist los? Äh, es tut mir leid. Es sollte um dich gehen, aber dann ist das passiert. Ich habe mehr Durchläufe gemacht, aber ich kann es nicht anhalten. Es passiert immer wieder und es sollte nicht sein. Oh, das waren die Durchläufe. Ja, ein bisschen, sehr viele. Warte, du kannst nicht einfach so gehen. Bitte, sag mir einfach, was los ist. Das ist eigentlich das, was ich selbst versucht habe herauszufinden. Scheint so, als wäre es, wenn nicht zurückgesetzt worden wie die anderen. Doch. Ich schätze, eine weitere Sache, die wir in Ordnung bringen müssen. Zurückgesetzt? Aber das ist gut. Und vielleicht kannst du mir zeigen, was du gesehen hast. Was ich gesehen habe. Nun, es fing alles an, als ich vorhin ins Bad gegangen bin. Und dann? Äh. Ähm. Hm, du hast einige seltsame Dinge gesehen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Hä? Was da bin ich, Herr Warbrust? Komischer Zufall, obwohl, das hat das Waschbecken wirklich wie eine Zeitmaschine wirken lassen. Aber die Chancen, dass meine Zurücksetzung so perfekt mit dem Waschbecken übereinstimmen, unwahrscheinlich. Redest du überhaupt mit mir? Moment mal, bin ich ein Roboter? Entschuldigung, wie ich schon sagte, ich bin nur ein bisschen beschäftigt, im Moment. Aber im Prinzip, ich habe diese Welt erschaffen und ich habe dich erschaffen. Was? Ähm. Ich verstehe gar nichts mehr, ehrlicherweise. Ich verstehe gar nichts mehr. Aber okay. Tür ist verschlossen. Kannst du jetzt endlich mal was erklären? Hier ist verschlossen. Ich wollte dir eigentlich nicht diese Wiederholung zeigen, aber... Da ich dich als Anhaltspunkt in der Nähe haben muss, könntest du auch mal einen Blick darauf werfen. Warte, nur einen Moment. Was meinst du damit, du hast mich erschaffen? Ich meine, was ist das überhaupt für ein Ort? Ich denke, du wirst die Antwort hier drin finden. Es tut mir leid, dass du diese seltsame Erinnerung behalten musst. Jedoch, ich brauche sie später als Anhaltspunkt. Aber nur, versuche dir keine Sorgen zu machen. Keine Sorgen deswegen? Ja, mach dir keine Sorgen darüber. Geh schon. Ich treffe dich da drin. Aber... Aber, 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 aber... Bewege deinen Hintern da rein. Aua. Hey. Belästigung. Was für ein Durcheinander. Wir können das hier genauso gut seinen Lauf nehmen lassen. Ich schätze, beim ersten Mal ist es nie gut. Aber, dass es jedes Mal passiert. Jedes Mal. Wenn. Aber, Moment mal. Jetzt möchte sie es ausprobieren mit dem Waschbecken. Jetzt wird es einfach runtergeschubst. Schön. Und die Tür geschlossen. Hey. Du sagst, du würdest mich hier treffen. Was passiert hier? Ah, Akt 2. Okay. Jetzt sind wir ein bisschen schneller. Obwohl, obwohl es geht eigentlich. 90 Minuten für den einen Akt. Gib 3. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Wo bin ich? Es fühlt sich seltsam an, alles einfach so zurückzulassen. Aber warum hat sie mich hier hergeschickt? Daten. Daten. Daten haben wir hier ein ganz kleines wenig. Ein bisschen. Okay. Sieht schön aus. Ja. Ah. Hallo. Hallo. Hey. Vielleicht wird man sehen, wo sie klein war. Was haben wir hier? Äh. Eins. Was war das? Eins von dreien. Sind das Menschen? Äh. Kein Plan. Frau Jones. Jetzt, jetzt, jetzt. Alle zusammenbleiben, okay? Peter, hör aus, so auf Easy herumzuhacken. Und Lindri. Hey, Lindri. Ich habe gesagt, ihr solltet euch nicht weit von der Gruppe entfernen. Besonders du. Lindri? Ist das die Vergangenheit? Aber wie? Äh. Ich frage bitte ich. Hä? Okay. Ja. Wir müssen einfach weiterspielen. Halten wir bestimmt Antworten. Aber das ist ja mit Lindri. Weil sie klein ist. Kindergarten höchstwahrscheinlich. Äh. Nun, Lindri. Ich habe spezifische Anweis von deinen Eltern, dass... Du nicht wegrennen sollst. Hör auf, wegzurennen. Warum? Renn dich weg. Lindri. Okay. Wenn du das nochmal machst. Hey. Der Arzt hat gesagt, dass deine Teilnahme an diesem Ausflug an eine Bedingung geknüpft ist. Der Arzt hat gesagt, dass deine Teilnahme an diesen... Ah, nein, eine Bedingung, wie okay. Okay, okay, okay. Was für ein... Was für eine Bedingung? Der Arzt. Okay, jetzt kommen wir ein bisschen näher. Ein Schritt näher. Lindri, wenn du nicht aufpasst. Lindri? Oh. Äh. Hallo? Alles hier erstarrte in dem Moment, in dem sie bewusstlos wurde. Bedeutet das, dass dieser Ort alles auf ihr basiert? Okay. Hm. Diese Barriere. Hey. Ah, wer sind die Kugeln? Höchstwahrscheinlich. Zwei. Und drei. Ah. Ich bin mal gespannt. Rehn. Oh nein, Spital. Was ich. Mag ich nicht. Okay. Ich befürchte... Hm. Ich möchte es eigentlich nicht wissen, der Geweisse. Tut mir leid, Papa. Das ist alles meine Schuld. Nicht wahr? Bill, du hättest vorsichtig sein müssen, Lindri. Aber nein, das ist nicht alles deine Schuld. Glaubst du, dass ich noch auf weitere Klassenfahrten gehen kann? Nun, wir müssen erwarten, was der Arzt sagt. Habe einfach Geduld und wir werden unser Bestes versuchen. Okay. Okay. Äh. Die Uhr, auch drei Uhr. Man sieht es hier. Vielleicht hat es auch eine Bedeutung. Vielleicht auch nicht. Das ist schon das zweite Mal, dass das passiert, oder? Ja. Wir dachten, es wäre eine einmalige Sache. Wir hätten ihr wirklich nicht erlauben sollen, ohne strenge Beaufsichtigung zu gehen. Nun, zum Glück, wurde der Sturz abgefedert. Diese frühen Symptome können gefährlich sein. Eurortige Medikamente für sie stehen in Aussicht. Aber auf lange Sicht könnte einer von euch hier bei Lindri bleiben und der andere kommt bitte mit. Höchstwahrscheinlich wieder erzählt, dass sie nicht lange leben wird. Es wird alles gut werden, Lindri. Ich gehe mal davon aus. Ich kann nicht verstehen, was sie sagen. Ist es, weil sie nicht konnte? Ja gut, ergibt Sinn. Ja, wenn sie es nicht verstehen konnten, warum sollten wir es? Was ist ihr, glaube ich, ihr Gedankenwelt? Hm. Hm. Ein Auto? Vielleicht ihr Haus. Von den Eltern. Äh, wäre... Tür ist verschlossen. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupé-Pierre. Wie mir den Namen richtig ausspricht. Ja. War da noch was? Nein. Ah, sie hört zu. Sie lauscht. Aber wann wird es passieren? Morgen? Jahre? Später? Hey. Es ist nicht sicher, dass es bösartig wird, oder? Es besteht die Möglichkeit, dass es nie ausbricht. Aber es besteht die Möglichkeit, dass es das wird. Dann werden wir es behandeln. Wenn wir mit der Behandlung beginnen, sobald es sich verschlechtert. Falls es sich verschlechtert, dann haben wir noch eine Chance. Richtig. Trotzdem ist es nur... Es fühlt sich einfach so an, als wäre so viel dem Zufall überlassen. Oh Gott. Lindrich. Was machst du hier, Lin? Ich kann nicht schlafen. Oh. Ist irgendetwas mit mir falsch? Keine Sorge, Lin. Es ist nichts, was wir nicht gemeinsam durchstehen können. Ist es das, was dich wach hält? Nein. Oh. Dann was ist los? Der Arzt sagt, ich kann keine Ausflüge mehr machen, oder? Woher ist nicht? Aber sie arbeiten an etwas, das helfen wird. Oh. Bist du traurig, dass du den Ausflug heute für die Vorzeit beenden musstest? Ja. Ich wollte nicht so schnell gehen. Alle anderen dürfen den ganzen Tag bleiben. Na, dann gehen wir zurück. Zurückgehen? Wann? Warum nicht jetzt? Wirklich? Es ist schon spät, Bill. Oh. Ein kleiner, nächtlicher Ausflug kann nicht schaden. Außerdem habe ich genau das Richtige dafür. Hurra. Ray. Kommst du, Mama? Schon okay. Ich bleibe. Ich koche dir eine warme Suppe, wenn ihr beide zurückkommt. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Tochter hat eine bestimmte Krankheit, die jetzt halt nicht genannt wird und noch nicht klar ist. Und sie deshalb nicht zu viele Ausflüge gehen kann. Ähm. Ich bin überkürt, um ihren Körper zu schuhen. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, dass halt auch der Arzt sagt, ja, er konnte nur diagnostizieren, dass vielleicht in ein paar Jahren sie noch leben würde oder auch kürzer. Ich glaube, so etwas könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das der Grund ist. Aber klar, als Kind. Für die Eltern ist es auch traurig. Hm. Wow, und wo ist das wirklich ein Teleskop? Ja, klar. Und ich zeige dir auch, wie es funktioniert. Ich werde es ins Auto legen. Okay. Okay. Ich werde mich von Mama verabschieden. Ich glaube, das hat bis auf die Mutter so ein bisschen distanziert, weil sie eigentlich... Ja, es gibt auch Sinn. Ich meine... Sie sind auch traurig. Ja, hin. Da weint sie. Ah. Schön. Ja. 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 Und wieder eine schöne Landschaft. Schon wieder dieses Licht. Also... Linri, bist du es? Okay, eins jetzt. Und wir sehen momentan beide Daten zu weit. Aber Linri sagt ja selbst, sie hat uns erschaffen. Und die Welt. Die Frage ist, sind wir jetzt nur ihr... Ich sage es mal böse gesagt, ihr imaginärer Freund? Oder gibt es uns wirklich? Musik ist schön. Ich fand jetzt... Hm. Musik ist schön. Gefällt mir. Schön ruhig. Hier steht, dass es nur ein wenig westlicher ist. Aber... Es sind einfach so viele. Wie kannst du einen ausfindig machen? Hm. Ich glaube, ich habe einen gefunden. Hast du? Ich will ihn sehen. Wow. Ich kann es nicht glauben. Es sieht wirklich aus wie auf den Bildern im Buch. Hey, habe ich sie nicht gesagt? Du benennst es und ich werde es finden. Was ist, wenn sie keinen Namen haben? All diese Sterne, nicht alle haben einen Namen, oder? Nun, warum kommst du nicht her und überzeugt dich selbst? Hey, Papa. Denkst du, dass es dort oben einen mit meinem Namen gibt? Es gibt bereits einen Sterne mit deinem Namen, Lindri. Er ist nur nicht dort oben. Was? Oh. Das ist kitschig, Papa. Tschüss. Ich mag den Lavendel immer noch lieber, aber... Deshalb Lavendel. Ich gebe zu, die Sterne sind auch ziemlich cool. War schön. Hm. Weisst du, was daran toll ist, Lind? Auch wenn all diese Sterne so wundervoll leuchten, viele von ihnen sind bereits vor langer Zeit verschwunden. Ja, nicht einmal die Sterne lehnen für immer. Aber dann, warum sehen wir sie immer noch? Nun, das liegt daran, dass sie während der Zeit, in der sie existierten, so hell leuchteten. Das Gericht so weit reiste, dass es uns gerade eben erreicht. Wow. Ich nehme an, ich sollte ihnen dafür danken. Ohne sie könnte ich das Lavendelfeld nicht sehen. Nun, dann solltest du vielleicht den Lavendel auch danken. Weil ohne ihn gäbe es hier nichts zu sehen. Richtig? Ja. Der Lavendel mag zwar nicht im Himmel sein, aber ich mag es so lieber. Ich kann in ihnen spielen, sie riechen und sie von nahem betrachten. Die Sterne sind alle so weit entfernt, aber ich nehme an, auch sie haben ihre eigenen Sachen zu erledigen. Ich würde nichts an ihnen ändern. Du würdest nichts ändern? Hä? Also, wenn du beides sein könntest, was wärst du lieber? Hm. Nun, ich mag den Lavendel trotzdem mehr. So. Also, wäre ich, ich wäre lieber ein Stern. Warum ein Stern? Wenn du Lavendel mehr magst. Oh, Papa. Damit jeder den Lavendel sehen kann, natürlich. Das ist schön. Das ist schön. Oh. Ich würde auf dieses Feld so hell leuchten. Und es so hell wie am Tag machen. Und dann könnte jeder für immer sehen, wie schön es ist. Schön. Schön. Klingt, als würdest du einen wunderschönen Stern abgeben. Oh mein Gott. Warum? Ich, nein. Das klingt toll, Papa. Ich wünschte, wir könnten lange aufbleiben und jede Woche hierherkommen. Aber, Papa, könnte ich dich etwas fragen? Ja, Lin. Warum hat Mama geweint? Oh nein. Weil sie dich liebt. Es spielt sicher darauf an, dass sie schon tot ist. Und jetzt im Spiel noch sagt, am Ende, Lin ist der Stern, der Leuchter, der Lavendel. Und dann soll noch mehr sagen. Ja, hol doch jetzt noch mehr. Nein, bitte hör auf. Oh, komm schon. Aber nein, die von Freebird Games, also in Finding Paradise, To A Moon. Und jetzt auch von hier im Poste Factory, den Soundtrack. Klar, es ist nicht überladen, aber ich finde es ebenso passt im Spiel. Sehr angenehm, ruhig, ein bisschen, man kann auch sagen, minimalistisch. Aber ich finde es passt perfekt. Manchmal braucht es nicht sehr viel, finde ich. Aber finde ich echt schön. Da ist sie jetzt erwachsen. Oder jugendlich. Keine Ahnung, wie alt sie dort ist. Ah, da, Geburtstag. Da wieder beim Spital. Am Lernen. Alles aufbauen. Oh, Terafe. Hello. Eine geht auf. Oh, du machst ihn wieder, aber okay. Was? 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 So miesen? Genau wie die Grafen wird auch die Pfeffermode als Beispiel für die natürliche Auslese verwendet. Obwohl das Experiment diskutiert wurde, die Hypothese bleibt unverändert, dass wenn du eine genetische Mutation auftritt, eine natürliche Auswahl entscheidest, ob es weiterlebt oder ausstirbt. Wenn die Mutation gut ist, dann ist es für den Organismus wahrscheinlicher zu überleben und seine Gene weiterzugeben. Und wenn du die Mutation schädlich ist, ist es weniger wahrscheinlich zu überleben und sich zu reproduzieren. Somit filtern sie sich selbst heraus. Schlussendlich waren wir... Ah nein, ich habe nichts gesagt. Emily, geht es dir gut, Lingerie? Mir geht es gut, warum? Nun, zu einem, du scheinst aufgebraucht zu sein. Und dann ist da noch die ganze Sache mit dem Rausgehen mitten in einer Schulstunde. Ich wollte nur keine Zeit verschwinden, das war alles. Es war mir schon bekannt, welche Themen unterrichtet werden. Also bespringst du den Unterricht. Durch Lesen. Was ist das überhaupt? Mikrobiologie. Oh komm schon. Du erscheinst nicht zu Stacys Party, aber du hast Zeit für Freaking Mikro... Blah... Blah... Die Highschool Jahre sind dafür da, Erinnerungen zu machen. Äh, du sprichst da einen interessanten Punkt an. Hey, wohin gehst du? Ich muss ein paar Bücher über die Erinnerungsbildung finden. Das ist nicht das, was ich meinte. Ich weiss, aber trotzdem denke. Jetzt bin ich schon bei der Hälfte. Uh! Dann Abschluss. Okay. Das heisst aber, sie hat sehr lange gelebt. Wieder beim Krankenhaus. Plutium. Aber sie ist geschehen. Schlussendlich. Bibliothek. Bibliothek. Hier ist nichts. Ah, da-da-da-da. Musik Die Zeit ist immer um 15 Uhr. Professor, immer noch ein bisschen hinter dem Zeitplan nicht wahr? Ja, aber ich werde aufholen. Es gibt noch viel zu analysieren, aber zumindest habe ich jetzt die Daten. Hm, gut. Ich weiss, es ist viel, aber auf dein Projekt freue ich mich am meisten. Achte keinen Druck. Okay, was für ein Projekt? Hm. Musik Was haben wir hier? Yes. Das war's. Ich steige aus. Okay. Ich denke, dieser Ort ist kein Witz. Aber wenn ich darüber nachdenke. Warum habe ich das Gefühl, als hätte ich irgendwo einen Abschluss gemacht, so wie hier? Was zum Teufel? Also wir waren hier. Entschuldigung. Ist dieser Platz frei? Scheint so. Okay. Moment. Wenn das hier die Vergangenheit darstellen soll. Und immer so meine. Ja eben. Warum kann es sich nicht daran erinnern? Wie kann es dann sein, dass ich mich an nichts erinnere? Ja. Ich meine, mir kommt dieser Ort bekannt vor. Aber. Hey. Warum wird es nun dunkler? Äh. Sie haben so lange gearbeitet. Oh nein. Was? Ist es wirklich schon nachts? Ähm. Ich nehme es an. Du bist auch eingeschlafen. Äh. Ich hab. Ich kann das alles nicht glauben. Es ist das zweite Mal diese Woche. Das stört meinen kompletten Schlafrhythmus. Du siehst ein wenig ausgebrannt aus. Ausgebrannt. Ja nun wäre es das heutzutage nicht. Äh. Aktuell. Wie bist du dabei überhaupt eingeschlafen? Ich ähm nun. Jetlag. Jetlag? Ja. Ich komme gerade von einer Rucksackreise rund um die Welt. Wow. Du Glücklicher. Ja. Aber jetzt muss ich alles nachholen. Warte. Du meinst. Du hast buchstäblich gerade eine Reise mit im Semester gemacht? Jep. Warum? Ähm. Okay. Vielleicht sollte ich wieder zur Arbeit beginnen. Zu arbeiten beginnen. Solange ich noch bei Verstand bin. Ich auch. Ich habe ein paar Aufsätze zum Nachholen. Das ist hart. Was ist dein Hauptfach? Ich studiere Literatur. Li. Er pennt ein. Freie Künste. Warum möchte er es nicht sagen? Schämt er sich? Oh. Freie Künste können sehr nützlich sein. Ich habe gar nichts gesagt. Es war nicht provozierend. Hör mal. Ich bin aufrichtig. Ich weiss nicht warum ihr Jungs so viele scharfe Kritik hier bekommt. Was studierst du? Warum? Ich bin in Neu. Nun. Es ist ein bisschen peinlich. Warum ist es peinlich was man studiert? Hallo. Man hat es ja ausgesucht. Das ist nicht peinlich. Das kann man doch offen sagen oder nicht? Ist schon okay. Mach weiter. Sag schon. Gut. Du sagst es ja auch nicht. Neurowissenschaften. Promotion technisch. Okay. Du Pasta. Ah. Schön. Gar keine Beleidigung. Also arbeitest du daran auszuwerden? Nun. Nein. Ich bin mehr in der Forschung. Meine Arbeit beschäftigt sich mit der synaptischen Modifikation und Kodierung von Erinnerungen. Spannend. Typisches Unigespräch. Aber wirklich? Was ist los? Es ist nichts. Nun. Es wird eine lange Nacht werden. Ich hole mir einen Kaffee von der anderen Seite. des Flurs. Kaffee. Nice. Willst du auch einen? Sicher. Danke. Mein Name ist übrigens Quincy. Nur nebenbei. Ich bin Lindry. Kaffee for the win. Ich finde es schön. Wir kannten uns. Aber ich erinnere mich an nichts davon. Das ist auch noch spannend. Dass man. Ja. Wir können nur warten und Tee trinken. Ha. Aber ich trinke keinen Tee, sondern nur Kaffee. Ha. Ähm. Ich frage mich echt ob. Ich finde es auch so schön, dass sie sagen. Ja. Was studierst du? Das da. Du Bastard. Auch schön. Kann sich daran freuen, was der andere Studierende fertig ist? Oder muss man damit angeben? Ein neuer Tag. Aber schön, dass unser Kollege hier so ein Trip. Also ja, um die Welt ein bisschen gereist ist während des Semesters. Und den riesigen Stress hat, alles nachzuholen. Ja gut, selbst schuld. Er wusste ja davon. Mhm. Aha. Das heisst, sie waren immer beide. War schön. Beide am Arbeiten. Sie an ihrer Arbeiten, er an seiner. Ist das ein? Das ist nur ein Kaffee. Nehme ich mal an. Aber schön. Aber was ist passiert? Aber was ist passiert? Kaffee, 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 Kaffee. Was ist passiert? Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Was ist passiert? Hm. Also sie kannten sich. Ja, gut, okay. Ok, jetzt sind wir was im Himmel, da die gemeinsame Zeit, und da Hallo, immer in der Bibliothek. Und da die Uhrstation begrüssen, Hallo oder Tschüss, bis morgen und so weiter, dann essen, ah, sie war immer alleine, wie sie selbst gesagt hat, und er mit seinem Kollegen, sie ganz alleine, oh. Aber schlussendlich haben sie sich nur bei der Bibliothek immer getroffen, oder am Ende Tschüss sagen, schlussendlich dann nicht. Gut, ich meine, er hat seinen eigenen Freund, sie war einfach alleine für sich. So in Bücherwohnen, kann ich verstehen. Kann ich gut nachvollziehen. Oh, Sport. Ja, dann auch, zuerst hat er keinen Bock. Zuerst hat er keinen Bock auf Sport, und okay, sie macht das auch, sie joggt auch, ich jogge jetzt auch. Warum joggst du jetzt auch? Ja, weil ich, ähm, ich bin auf die Idee gekommen. Genau, das war mein Plan. Also, nicht wegen dir, nein, nein. Und dann, im Zug? Oder kein Irgendwo, getroffen. Irgendwo. Und zusammen gegessen, dann später. Ah, schön. Oh nein, ich schlussendlich dann eine schöne Zeit. Dann immer draussen nicht in der Mensa essen, sondern draussen ihr eigenes Essen vielleicht. Kauft, dann gegessen, geredet, in der Ruhe draussen. Aber gemütlich. Schön. Best Friends. Und vielleicht war noch mehr. Vielleicht. Oder auch nur Freunde, kann auch sein. Beste Freunde. Was passiert jetzt? Es ist gerade so düster, schön. Hm, was passiert jetzt? Sie ist nicht hier, oder er ist nicht hier? Ah. Ah. Ah nein, ist ganz. Ah. Wie sieht es mit dem Eiffelturm aus? Joa, es war ein gewaltiger Anblick. Ich meine, es gibt heutzutage viele grössere Strukturen, aber... Es hat einfach etwas Spektakuläres, wie er so allein am Horizont steht. Es klingt toll, all diese Orte aus der Nähe zu sehen. Ich frage mich, ob es anders ist, als auf den Bildern. Machst du Witze? Natürlich ist es anders. Es steht unter dem Beweis der Zivilisation, nah genug, um die Hand auszustrecken, um die Geschichte zu berühren. Ich hoffe, dein Anthropologie-Professor teilt den gleichen Enthusiasmus. Eiffelturm, die Pyramiden vom Gizeh, die grosse Mauer... Ehrlich gesagt, wollte ich auch schon immer mal hin. Warum tust du es dann nicht? Ich meine, wenn ich für eine Reise sparen kann, bin ich sicher. Du könntest das auch. Nein, es ist nur... Ja, wegen der Krankheit. Ich habe nicht die Zeit. Keine Zeit? Ich weiss, dass du beschäftigt bist, aber du kannst dir sicher ein paar Wochen Zeit nehmen. Es ist nicht nur das. Ich habe meinen Weg vor langer Zeit gewählt, Quincy. Ich muss einen Ort finden, an dem ich eine Spur hinterlasse, aber ich weiss nicht, wie lange ich dort hin muss. Und ich glaube, deshalb ist sie auch mit dem, wenn sie um die Gebrüche fortsetzen, ich glaube, es geht auch darum, andere, die an ihrer Krankheit leiden, also wie sie, dass die dann geheilt werden können. Vielleicht. Aber ich meine es etwas mit Zeit. Aber ja. Sie möchte halt noch etwas bewegen, bevor sie weg geht. Es ist schön, wenn ich unterwegs einen Blick auf die Landschaft erhasche, aber wenn ich anhalte und an den Rosen riechen würde, ich fürchte, ich würde merken, wie schön alles ist und nur dort bleiben wollen. Ich verstehe. Das ist eine ziemlich dramatische Art, es auszudrücken. Aber es ist auch irgendwie romantisch. Er erinnert mich an diese Sterne am Himmel. Äh? Als ob sie die Erde hier unten erleuchten und erhellen, aber selbst kein Teil dieser Welt sein können. Ja. So ähnlich. Unsere Zeit hier ist so begrenzt. Ich fühle immer einen solchen Druck, etwas daraus zu machen. Äh. Naja, ich denke, es hatte immer eine andere Böge auf mich. Wenn ich daran denke, wie begrenzt unsere Zeit hier ist, kann ich nichts anderes als einfach geniessen zu wollen, solange es dauert. Ich denke, es ist im Vergleich dazu irgendwie egoistisch. Es ist nichts Falsches daran, einfach die Welt erleben zu wollen. Klingt nach etwas, was meine Oma sagen würde. Äh, das meine ich auf die netteste Art natürlich. Es ist nur, sie hat immer ein Leben gelebt, Tag für Tag, im wahrsten Sinne. Standest du deinen Oma sehr nahe? Sehr nahe? Klar. Meine Eltern sind bei einem Unfall gestorben, als ich klein war, also hat sie mich gross gezogen. Es tut mir leid, das zu hören. Nun, es ist lange her. Aber ich erinnere mich, als es geschah, die Leute dachten, Oma wäre herzlos, weil sie sich dazu entschied, mit ihrem neuen Leben weiterzuleben und in ihre Routine ziemlich schnell zurückkehrte. Aber ich wusste, dass es nicht daran lag. Sie trauerte immer noch und erinnerte sich jeden Tag daran, wie sehr sie sie vermisst. Aber sie hatte einfach diese Lebenseinstellung. Sie war einfach nur dankbar, hier zu sein, um das Glückselige mit dem Tragischen zu nehmen, jeden Tag wiedergeboren zu werden. Sie hat immer wieder darüber gemacht, selbst wenn die Welt morgen untergehen würde, würde sie immer noch damit klarkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage wäre, so von Tag zu Tag zu leben. Ich auch nicht. Aber ich denke, es hat auf mich ein bisschen abgefärbt im Laufe der Jahre. Sie starren nicht lange, bevor wir uns zum ersten Mal trafen. Eigentlich. Später im Leben, an Alzheimer erkrankt und die Komplikation erledigenden Rist. Bei unserer ersten Begegnung, bist du deshalb auf diese Reise gegangen? Weisst du, als du mir von deiner Arbeit erzählt hast, als ich zurückkam, ich habe den Weg, den ich gewählt hatte, wirklich infrage gestellt. Ich dachte, das ist jemand, dessen Arbeit könnte einen Unterschied machen. Und hier bin ich, der tänzelnd durchs Leben geht. Es ist nicht gerade eine altrusistische Entscheidung, auch für meinen Teil, um ehrlich zu sein. Es ist eher ein Impuls. In gewisser Weise wünschte ich, ich könnte zufrieden sein, wenn ich unbeschwert bin und Spass habe. Aber ich kann nicht. Manchmal frage ich mich, ob ich am Ende verbittert wäre. Gut, klingt, als können wir uns vielleicht gegenseitig in Schachal. Also, vielleicht könnten wir. Hey, was denkst du, wenn ich meine, ich weiss, dass wir schon ab und zu rumhängen, aber was ist, wenn wir das tun, aber mehr? Zum Beispiel, ich kenne diesen Ort ausserhalb des Campus, der den besten Avocadosalat macht. Avocadosalat? Bittest du mich um eine Verabredung? Um eine Date? Um ein Date? Nun, wenn du es so nennen willst? Ja, würde ich so sagen. Ja. Das finde ich keine gute Idee. Schade. Es ist, weil ich ein Typ der Geisterwissenschaften bin, nicht wahr? Äh, Geister. Geister. Geisterwissenschaften bin. Geister. Ich weiss, ich mache nur Witze. Aber es ist in Ordnung, ich verstehe dich. Nicht für ungut, also uns einfach... Ich bin krank, Quincy. Seitdem ich ein Kind war. Jeden Morgen wache ich auf. Ich bin mir nie sicher, ob es den Weg der Verschlechterung einschlägt. Ich bin eine tickende Zeitbombe. Gut, verständlich, dass ihr dann Nein sagt. Und sie hat nie weiss, ob sie jetzt sterben wird oder nicht. Oder wann. Oder wie lange sie noch liebt. Hm. Quincy? Ziehen wir... Ich schätze, ich kann ein ziemlicher Arsch sein. Ja, warte. Aber wenn ich mich an nichts davon erinnern kann, bin ich es dann wirklich noch? Ja, aber warum? Gemäß. Ja. Hm. Dann sind wir auch abgehauen. Entschuldigen Sie, ist dieser Platz hier frei? Er ist besetzt, sorry. Oh nein. Müsst du mir sagen, dass sie uns ja gesagt hat, hey nein, ich habe eine Krankheit und wir so nö, wir sehen uns nie, wie ich verschwinde von hier. Kein Bock. Sie bin einfach abgehauen und kam nie mehr zurück. Hoffen wir es mal nicht. Okay, wir sind ein Arsch. Wir sind ein Arschloch. Ja. Sie sagt die Wahrheit und wir reden davon wie ein Kind. Warum? Nein. Ja. Eine Nachricht. Aber wer hat hier? Simuliert das? Ja. Ja gut. Ja, schauen wir mal. Das ist alles, was ich habe. Aber die Barriere steht noch. Das heisst, es fehlt noch was. Vielleicht die Nachricht. Vielleicht müssen wir die Nachricht lesen. Nicht? Äh. Können wir zurück? Nein. Warte. Warum fühlt es sich an wie... Okay. Warum hat das keinerlei Auswirkungen auf die anderen? Okay. Aber wir haben uns nochmal getroffen. Du hast es geschafft. Diese Jacke. Ja. Ich habe deine Nachricht bekommen. Wow. Ein schönes Kleid. Danke. Allerdings ist es etwas kühl. Ich dachte, wir gehen irgendwo hinein. Oh. Moment. Also ich sage, du sollst dich schick anziehen. Meint dich eigentlich warm. Oh mein Gott. Gib einfach die Jacke. Dankeschön. Ganz simpel. Wegen dieser ekligen kalten Wetterfront heute Abend. Und weisst du Schnee im Herbst? Oh. Ich verstehe. Dankeschön. Dankeschön. Du wolltest, dass ich dich darauf anrede, hm? Was? Nein. Das wollte ich damit nicht. Doch, doch. Es bestand ein Punkt für Quincy. Genauso leuchtet es ab. Genauso. Nanos, folge mir. Ich meine, es hat sich extra so angezogen, damit sie sagen, oh, ich habe kalt. Du hast eine Jacke. Gib mir die Jacke. Aber sie möchte es nicht sagen, sondern ich habe kalt. Und dann müsste eben, musste er die Jacke geben. So. Das war der Plan. Genau. Hey. Wirklich? Das war ein richtiges Missverständnis. Nein. Jetzt nochmal. Okay, das heisst, wir konnten, wir sind, wir sind, wir sind, wo waren wir dann in der ganzen Zeit und haben uns wieder gemeldet? Warte eben, ich will nur sicher gehen, dass dort oben alles in Ordnung ist. Und er macht hier einen Heiratsantrag. Okay, die Luft ist rein. Aber vielleicht könntest du dir die Augen zuhalten, wegen der Überraschung. Aber warum spinnt er? Kommt nicht mehr und schreibt dir eine Nachricht. Okay, wir treffen uns wieder. Oder was, was, was ist Überraschung? Ich glaube nicht, dass dies eine so tolle Entscheidung wäre, während ich die Treppe hinaussteige. Guter Einwand. Okay. Dann geh aber bitte sehr langsam nach oben. Ähä. Okay. Jetzt. Was passiert jetzt? Ah, ein Eifelturm. Tada. Da. Ist das. Richtig, der Eifelturm. Und du lachst. Er ist enttäuscht. Nein, nein. Ich liebe es. Es ist eigentlich ziemlich aufmerksam. Aber hast du ihn extra für mich gemacht? Ja, klar. Ich meine, du wolltest doch die Welt sehen, stimmt's? Ah, schön. Äh, schön. Klar, es ist jetzt nichts Überragendes, aber es ist schön. So als Detail für sie, die Welt, die Welt, nur zeigen. Eine schöne Idee. Hm, keine Beleidung gegenüber der Realität, aber das ist ehrlich gesagt ziemlich clever. Ist das nicht wahr? Warte, was meinst du damit? Mit keiner Beleidung gegenüber der Realität? Geweben. Also klar, man könnte jetzt sagen, ist es hässlich. Aber schlussendlich ist es eine schöne Idee. Nächster Hals. Stone. Stone Edge. Stone Edge. Oh, hübsch. Weisst allerdings die Cafeteria, dass Tablets fehlen? Tablets fehlen? Tablets. Ich bringe sie morgen früh zurück. Und vor allem auf der Strasse. Da fahren jetzt heutzutage über diese Brücke fahren keine Aut. Nö. Glaubt schon. Okay. Aber war das der Grund, warum wir so lange weg waren? Okay. Das Opernhaus von Sydney. Ich freue mich darauf, eines Tages eine Oper ziehen zu können. Warum warten, wenn man es genau jetzt machen kann? Auf den zweiten Gedanken. Oh, sole mio. Ich meine, ich bin kein Michelangelo, aber Klebeband? Wirklich? Hey, ich habe hier ein begrenztes Budget. Schön. Es ist nicht der Big Ben, sondern ein Ben. Äh, ist es Pizza-Zeit? Immer. Immer Pizza-Zeit. Ich sehe die dezente Mauer. Wow. Bitte sag mir, dass du das ganze Essen nicht alleine gegessen hast. Ich wünschte, ich könnte. Das tue ich wirklich. Der Schiefe-Turm von Pisa des Cafés. Verpasste Gelegenheit mit dem Pizza-Band-Turm. Früher vielleicht? Tatschmahal. Oh, Tatschmahal. Du wirst nicht die Anzahl der Kugeln glauben, die ich für dieses Tatschmahal finden musste. Ich zähle sieben. Äh, ja. Das ist richtig. Hm. Fehlt da nicht eine der Pyramiden? Ja, jemand benutzt es als Plani. Und jemand benutzt diese als Pyramiden. Der mit der grösseren Vision, sage ich. Schön. Ja, sie haben das extra rein, damit wir heulen sollen. Und jemand stirbt. Und auch sehr schön. So typisch. Es war eigentlich wirklich nett. Autsch. Es war nett. Es war nett. Autsch. Nur nett. Danke, dass du das alles für mich zusammengestellt hast. Hat bestimmt ganz schön lange gedauert, oder? Ich glaube schon, ja. Nur, ich prahle nicht gern, aber... Du würdest nicht glauben, wie viel ich essen musste, um alle Requisiten zu bekommen. Ich weiss, dass du nicht die Zeit hast, um dich von deinen Geilen ablenken zu lassen. Aber... Ich bin nicht hier, um das zu tun. Ich weiss, dass du deinen Weg alleine gehen kannst. Und es muss manchmal schwer sein. Aber vielleicht, es muss nicht so sein. Und wenn du die Welt sehen willst, werde ich sie dir bei dir bringen. Wenn du einen Grund brauchst, um weiterzumachen, werde ich dich daran erinnern. Und wenn du der Himmel sein willst, dann vielleicht... Könnte ich deine Ehre sein. Oh. Oh. Du bist stolz auf diese Zeile, hä? Die hat er sich geprobt. Da hat sie so gemerkt. Oh. Oh nein. Es ist einsam. Da gebe ich dir recht. Diese Strasse zu gehen, manchmal denke ich... Wenn ich nicht suchen muss, um weiterzumachen, wie weit kann ich dann wirklich gehen? Und es ist nicht so, dass ich nicht will, glaub mir. Jemanden empfinden, sich niederlassen. Und vielleicht, vielleicht sogar eine Familie zu gründen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich darüber nachdenke. Aber all das, das ist nicht der Grund, warum ich sagte, das wäre keine gute Idee. Das hat dich aber nicht davon abgehalten, dieses Kleid heute Abend anzuziehen. Wenn ich es bin, worüber du dir Sorgen machst, das musst du nicht. Mir geht's gut. Ich entscheide für mich selbst. Alles, wofür du dich entscheiden musst, bist du selbst. Nach allem, meine Oma hat mich zu demjenigen erzogen, der ich nun mal bin. Erinnerst du dich? Auch wenn die Welt morgen untergeht. Ja? Auch wenn die Welt morgen untergeht. Aber bis dahin. Na, schön. Bis dahin. Schön. Hm. Yay. Zum Glück. Wenigstens. Ist doch schön. Da ist die Zeit, bei dem Lesen. Ein Campus, vor dem Campus. Die weitere Projekt. Weil ich bin in der Bibliothek. Ist das Starbucks? Das ist doch Starbucks. Anscheinend Kaffee in Starbucks sind die. Oh, zu gut. Schön. Und da wieder, äh, Spital. Bei der Diagnosen. Zusammen schocken. Oh. Äh. Sie arbeitet weiter bei ihr zu Hause. Picknick. Zusammen. Feines Essen. Dann. Bei dem. Ich weiss nicht. Ah, schön. Er ist eingeschlafen und sie liest. Mit dem Lesen ist sie eingeschlafen. Wir sind so stolz auf dich, Lynn. Ah, jetzt den Abschluss. Wir wussten immer, dass du es schaffen kannst. Aber ich habe nicht erwartet, dass du dir auch gleich so einen süssen schnappst. Oh mein Gott. Aber das ist kein guter Anfang für ein erstes Treffen. Das erste Treffen von vielen, hoffe ich. Ich bin nur gerade so im Sinn gekommen, die zwei erinnern mich ein bisschen an die zwei Ältesten, die immer gestorben sind. Vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht sind das andere Personen. Ich hoffe es mal nicht, dass ich recht habe. Oh, sorry. Ich bin nur so glücklich. Es waren so viele Jahre. Ich kann einfach nicht glauben, wie weit du gekommen bist. Du hast doch gesagt, dass du immer wusstest, dass ich es schaffen kann. Nun, heute ist es Zeit, deine Errungenschaften zu feiern. Möchten Sie uns nicht beim Essengesellschaft leisten, Quincy? Dann können wir über die Pläne eures weiteren Werdegangs reden. Okay, danke, Mr. Da sind sie ja. Linri. So, was geschieht jetzt. Diese beiden. Oh. Sie sind von Dr. Haynes und Dr. Yu sind ihre Glückwünsche. Und wir natürlich im richtigen Leben. Gratulation. Bedeutet das, dass ich ihr Gespräch bestanden habe? Das Gespräch? Das war nur eine Formalität. Um zu bestätigen, dass sie die Arbeit verfasst haben, grösstenteils. Sag, würdest du auf eine Feier kommen, Linri? Eine Feier? Oh. So eine Art Einführungsfeier. Im Namen der Yu Haynes Foundation möchte ich Ihnen diese Einladung aussprechen. Auf was soll ich mich einstellen? Eine professionelle Networking-Veranstaltung. Diese Art. Die Details stehen auf der Karte. Gelegenheiten wie diese kommen nicht oft. Wir hoffen, dass sie es in Betracht ziehen. Hm. Werde ich. Übrigens, es ist eine formelle Feier. Also, kleiden Sie sich entsprechend. Okay. 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 Und hier haben wir ja begonnen. Und hier. Das war ja der Anfang. Ja. Da begann ja alles. Wieder hier. Schön. Hm. Hm. Ja. Dieser Brunnen sieht noch immer alt und zerstört aus, aber der gesamte Ort sieht jetzt gepflegt aus. Das stimmt. Betreten verbunden. Ja. Genau. Dann wieder rein hier. Und der Reisrobot ist wieder da. Schön. Schön. Wow. Ja. 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 Ich bin nur nicht in der momentanen Küche. Hey. Ja. 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 auch noch nicht. Okay. Alles anschauen. Hier ist nichts. Hier entlang. Warum vermisse ich eigentlich diese Leute? Gute Frage. Hier passiert nichts. Okay. Raus. Dann jetzt rauf. Die Tür ist verschlossen. Aber ich war irgendwie schon mal hinter dieser Tür. Ja, das warst du. Die Tür ist verschlossen. Okay. Dann jetzt hier rein. Direkte Mensch-zu-Maschine. Speicherschnittstellen? Richtig. Nun, Koppelung und Austausch. Aber darum musst du dir keinerlei Sorgen machen. Da wir deine Spezial-Begi kennen, erwarten wir deine Hilfe nur beim ersten. Das klingt faszinierend, auch wenn es nicht genau die Stellenbeschreibung war. Natürlich nicht. Aber ist es nicht besser? Die Forschung, die du hier betreiben würdest, würde weit über das hinausgehen, was alle anderen auf deiner Liste haben. Du bestehst doch, warum es nicht im öffentlichen Aussagen steht, oder? Ich denke schon, aber warum ich? Sicherlich gibt es erfahrene Kandidaten. Nun, wir haben unsere Hintergrundcheck gemacht und deine spezielle Situation. Oh, wir könnten immer ein paar neue Perspektiven gebrauchen. Das ist alles. Und verkauf dich nicht unter Wert. Deine Papiere sprechen für sich selbst. Ei, es gibt keinen Grund für Selbstzweifel. Das Imposter-Syndrom ist unter Talenten weit verbreitet. Erlass es nicht an dich herankommen. Deshalb Imposter Factory. Imposter-Syndrom. Danke für dein Vertrauen. Na dann, jetzt wo wir diesen Schritt hinter uns haben, sollen wir die NDAs unterschreiben und ein paar Wunder aus erster Hand erleben. Aber ich hatte schon NDAs unterschrieben, bevor ich hierher kam. Oh, es gibt immer mehr NDA und Verzichtungserklärungen. Verzichtungserklärungen. Bürokratie. Du solltest lernen, den Papierkram zu lieben. Ja, schön. Den lieben wir alle. Hey. Wahrscheinlich die Lindy zu sein, die mich sehen konnte. Ich schätze, das ist immer noch eine Art von Wiederholung. Mensch, Maschine, Gedächtnis, Interface, hm? Ein laufendes Schachspiel. 15.25 Uhr. Das ist nichts. Mit physischem Schluss. Tür ist verschlossen. Ah, aber ich wollte die Katze sehen. Hoffentlich geht es dem Bastard gut. Schön. Schön ist bezeichnend, sogar eine Katze. Hm. Hier vielleicht? Nö. Da sind sie jetzt unten. So, was ist es denn hier schönes? Unlieb versprochen, der Prototyp. Ach du, meine Güte. Es ist abscheulich. Erwarten sie von uns, dass wir in einen Drucker aus dem letzten Jahrhundert investieren? Wie Dr. Haines sagte, es ist nur ein Prototyp. Obwohl er eine Vorliebe für ihr antike Ästhetik hat. So was kann dieser Prototyp. Ich bin nicht jemand, der ein Buch nach seinem Umschlag beurteilt, aber... Wenn dies die Quantencomputerfähigkeiten hat, wie sie behaupteten, ist es unglaublich klein. Und ich weiss, dass wir erhebliche Fortschritte bei der Kühlung gemacht haben, aber um sie zu praktisch zu beseitigen? Nein, das ist hauptsächlich ein kabelgebundener Klient, der mit dem rechten Zentrum verbunden ist. Ausgeführt werden die meisten Berechnungen anderswo. Abgesehen davon... Selbst angesichts kopierter Hirn-Daten ist das erstaunliche Potential offensichtlich. Erlauben Sie mir, es zu demonstrieren. So was passiert jetzt? Sind wir etwa bei der Hälfte. Ich wünschte, es hätte die eigentliche Demo gezeigt, wo alles eingefroren ist. Stimmt. Ich kann, glaube ich, nichts mehr tun hier. Nö. Verdammt. Die Musik kenne ich auch. Das ist eins zu eins, glaube ich, von den Spielreihen. Ich glaube, ich bin in Finding Paradise. Mit dem Moon wüsste ich jetzt gerade nicht. Aber ja. Puh, das ist die letzte Kiste. Ich sagte doch, dass wir bis heute Abend alles hier haben. Hey, was ist los? Bist du dir da sicher? Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, wegen meines Jobs. Du hattest zu Hause auch vor Vorbereitung, nicht wahr? Und ja, aber nichts dergleichen. Ich meine, die UNIS-Stiftung. Was auch immer du dort tust, ich bin sicher, es wird hochmodern sein. Trotzdem. Hey, es ist okay. Ich weiss, wie viel dir das bedeutet. Und keine Sorge, ich bin mir sicher, dass ich auch hier etwas für mich finden werde. Danke, Quincy. Ich bin froh, dass du hier bist. Natürlich, ich habe es versprochen. Wie auch immer. Lassen wir uns einfach nieder und du kannst dich ausruhen. Ich kann nicht zulassen, dass du an deinem ersten Tag wunderschlaf wandelst. Okay. Die gute alte Matratze wieder. Warum fühlt es sich so an, als würde man von einem Schlafsaal zum anderen gehen? Hm, es ist irgendwie gemütlich, wenn du mich fragst. Erinnert mich an Camping. Du hast noch nie richtig gezeltet, oder? Nicht wirklich. Schön. Das legendäre Gästezimmer. Es könnte alles sein. Es könnte ein Arbeitszimmer sein. Oder ein Flipperraum. Mit Bücherkissen da drüben. Oder ein Minigolfraum. Und endlich mal einen Desktop-Computer hierher holen. Oder ein Thronsaal. Schön. Also die... Sehr schön. Das erinnert mich an... An der Villa von heute hatten sie buchstäblich eine goldene Toilette. Buchstäblich? Buchstäblich. Wow. Müssen sie wirklich auf Gold sitzen, um sich zu entladen? Wie wir es am Anfang gesagt haben. Schön. Es ist bereits morgen. Und ich will dich nicht beunruhigen, aber da hängt eine Person an deinem Harpnot. Und sie sieht klasse aus. Ich bin zum Abendessen zurück. Geh schon. Du wirst das toll machen. Schön. Er kann hier mal die Wohnung aufräumen. Beziehungsweise mal... Alles aufstellen. Aufstellen. Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, der Fuchs. Wow. Ist das ein echter Fuchs? Nein. Es ist nur ein fühlender Fuchsschwanz. Natürlich ist es ein echter Fuchs. Warum kommt er nicht raus? Es ist ein sehr erschüchterner Fuchs. Die anderen sind schon da. Rika wartet drin auf dich. Ich gehe sie suchen. Danke. Und sehen wir den mal. Das ist für Zeit. Das kann ich nicht anschauen. Okay. Warum ist das... Okay. Das Spiel möchte, dass wir hier gehen. Gehen. Gut. Die Musik. Die Musik. Okay. Das liegt mir hier. Wo sind alle? Emil sagt, sie seien schon da. Sie sind bereits ins Labor gegangen. Oh nein. Komm ich zu spät zum Dienst? Nicht wirklich. Oh. Okay. Halte ich. Komm an Bord. Ich möchte auch. Ins Geheimlabor. Prunk. Oh. Willkommen bei der Johannes Stiftung. Die ist nur eine von mehreren Niederlassungen unserer Zentralentwicklungszentren. Wie du dir vielleicht denken kannst, ist es auch eines der diskretesten. Wow. Dieser ganze Ort. Ich wusste, dass an diesem Ort etwas nicht stimmt. Und diese Roboter. Ich wusste es. Er war nie nur ein Reiskocher, oder? Der Reiskocher läuft wieder frei herum. Hey. Komm zurück. Wenn die Kirche ihn erneut in den Schacht schieben. Ich schwöre, ich werde. Er ist ein Reiskocher. Okay. Komm. Ich führe dich herum. Jetzt wird's spannend. Kurz umschauen. Hier entlang. Hello. Nein, das Projekt, an dem du arbeiten wirst, ist nur eines von mehreren, die wir hier verfolgen. Aber pst, es ist mein Favoriten. Reisbot. Ausser dir, Reisbot. Sollen wir Linri ihre Station zeigen? Sicher. Die Anlage ist in Wartung. Aber Dr. Der Kleck ist im Moment dort. Der Kleck ist im Moment dort. Außerdem bringst du Reisbot wieder nach oben. Ja. Natürlich. Deshalb war der Reisbot nicht immer mal verschwunden, weil er hier unten war. Also das würde Sinn ergeben. Wäre plausibel. Wenn ich doch nur SDGF für alte Ausdrücke verwenden könnte. Was? Okay. Äh. Da. Und die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Nicht sehr viel Fortschritt. Wir konzentrieren uns nach wie vor auf Stop-Dot. Wir haben einige Neueinstellungen an dieser Stelle. Ich hoffe wir machen bald Fortschritte. Ja. Okay. Da haben wir es. Dr. Louie Kleck sollte dort sein. Er ist ein paar Tage zuvor hier in der Resid... 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 ResidнеZ angekommen. Ich glaube ihr habt euch schon auf der Party kennengelernt. Ich erinnere mich. Los geht's! Reisbot. rein da ein bisschen wie hier was ist hier unten ja natürlich es ist eine ehre dich hier zu haben danke ich werde mein dr hines sind sie noch da entschuldigung ich bin hier bezüglich des vertrags es ist nicht in unserem interesse das projekt zu finanzieren ohne ein mitsprachrecht im vorstand der vorstand ist nicht der einzige weg um ein mitsprachrecht zu haben herr armstrong sollten zu dr in der westflügel gehen dies für ihre forschungsteam zuständig ok ich habe hier noch was die cafeteria und der aufenthaltsraum die köche schicken dreimal am tag mahlzeiten über die über den schacht hier bin einfach deine bestellung ich dachte es sei seltsam dass es hier drei köche gibt ah deshalb der ersatz das essen des roten kochs ist das beste das kann ich dir sagen keine chance der gelbe koch ist besser die haben namen wusstest du das äh ja was sind die noch mal ich weiss es nicht aber sie haben ein das ist alles was ich damit sagen will auch schön kann man hier noch was können wir jetzt hier noch was erledigen eine fällt uns noch vielleicht haben wir was übersehen möchten sie reis nicht jetzt mein lieber aber dank kann man das irgendwie triggert ich hätte gerne etwas reis 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 möchten sie jetzt reis nicht jetzt mein lieber aber dank ok kann man das irgendwie triggert ok habe ich was verpasst wenn ich doch nur essige für alle ausdruck verwenden könnte wie die ich mache glaube ich auch und Wenn wir nur ein paar Tests mit der Schnittstelle-Speichertaten durchfügen könnten. Irgendwas habe ich verpasst. Oder noch übersehen. Hier nicht. Hier ist nichts. Kann ich hier noch was tun? Nö. Mit ihm. Der Vorstand ist nicht der einzige Weg, um ein Mitspracherecht zu haben, Herr Armstrong. Äh... Ah, ups, habe ich nicht gesehen. Da ging es auch noch weiter. Ups. Hier ist die Residenz für die Mitarbeiter vor Ort. Wenn es gut läuft, laden wir dich vielleicht ein, hier ein Zimmer zu nehmen. Danke. Aber ich habe schon woanders einen Platz. Ist hier noch was? Okay. Nö. Hier ist nichts mehr. Okay. Da haben wir alle. Hier. Bäh, bäh, bäh. So, frischer Doktor Titel, hä? Um ehrlich zu sein, ich war echt überrascht, dich letztens auf der Party gesehen zu haben. Aber dich hier tatsächlich zu sehen? Dr. Yu sagte, meine Arbeit sei für das Projekt hilfreich gewesen. Ich werde mein Bestes geben, um meine Erkenntnisse anzuwerten. Deine Arbeit? Ich habe deine Arbeit gelesen. Nichts für ungut, aber da ist nichts vorgekommen, was ich nicht schon wusste. Was meinst du damit? Was sie hier getan haben, ich habe es analysiert. Sie haben auf keinen Fall all diese Fortschritte gemacht, ohne bereits von deinen Erkenntnissen gewusst zu haben. Dr. Yu und ihr Team wüssten das schon vor Jahren herausgefunden haben. Vor Jahren? Aber dann, warum wurden ihre Erkenntnisse nicht veröffentlicht? Ist das dein Ernst? Dies ist keine politische Akademie, die Wissen zum Wohle der Menschheit verbreitet. Ich würde sagen, Geld, aber die Interessensgruppen, welche beteiligt sind, sind viel komplizierter. Egal, schau mal. Wenn du eine Veränderung in der Welt erreichen willst, dann ist dies der Ort dafür. Es kann eine Weile dauern, bis die Öffentlichkeit Geschmack daran findet, aber hier? Hier beginnt alles. Aha. Haben wir nichts mehr. Ich bin überrascht, dass ein moderner Quantencomputer immer noch so aussieht. Die Winchette Ästhetik ist nur ein Hommage. Damals sah es mit dem Glas noch nicht so aus. Okay. 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 Ah. Er schläft und sie geht schon zur Arbeit. Macht weit mit ihrer Wurschuhe. Okay. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe schon so viel gelernt. Wenn du dich hier wohlfühlst, soll mir das Recht sein. Wir werden dich am Montag in das Hauptprojekt einweisen. Denk an die Vertraulichkeit. Ich werde bereit sein. Okay. Kommt sie nach Hause? Ich bin zu Hause. Hey, wie war die Arbeit? Nicht schlecht für die erste Woche. Ich glaube, ich habe mittlerweile den Dreh raus. Was machst du da? Äh, warte nur. Auf den erschaulichsten Karottenkuchen, den du je gegessen hast. Schön, schön, schön. Karottenkuchen und dann da. Morgen gibt es Essen für sie. Sie macht weiter mit ihrem Projekt. Da die Katze. Die Versuche. Ja, gut, ist klar. Ist normal. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Problem gefunden habe. Würden sie etwas länger bleiben, um einige Tests durchzuführen? Sicher. Ich bin hier, um zu helfen. Das heisst jetzt sehr lange die Arbeit und wir dachten so, hallo? Achten Sie sich auf sich bitte. Ich bin lieber spät nach Hause. Hey. Sorry, ich bin schon wieder spät dran. Alles okay? Ja, es gibt immer wieder Probleme zu lösen, aber wir werden sie lösen. Natürlich. Die haben ja auch dich. Ich gehe das Abendessen auch fern. Ja gut, ja. Wenn sie halt immer ein bisschen später nach Hause kommen, das macht auch noch etwas aus. Aber ja, klar. Und zu viel arbeitet. Ja, weiterhin. Ja. Das Schnittstellenmodul ist immer noch hinter dem Zeitplan, obwohl wir Fortschritte machen. Aber die Investoren waren eine Demonstration. Bist du sicher, dass es beim nächsten Besuch fertig sein wird? Ja. Wir schaffen das. Übrigens, hast du dir mehr Gedanken über das Wohnangebot gemacht, Linri? Wir haben sogar ein freies Zimmer für dich bereit. Als wäre es so bestimmt einfacher. Aha. Ja, aber die wussten doch bestimmt, dass sie einen Partner hatte. Also hätten sie einfach sagen, hey, wir können doch gleich beide Wohnungen holen. Ja, nein, wegen dem Job ist es vielleicht angenehm, dann kann sie gleich dort hingehen oder wohnt gleich vor Ort. Aber ja. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Ich musste essen und eingeschlafen. Hm. Ja. Ja, weiter an den Tests. Es ist ungegessen. Und höchstwahrscheinlich hat sie nun die Vorschriften ver... Vorschriften sind ver... 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 Vorschritt sind Vorschritt. Trotzdem... Bist du dir sicher, dass du es nächste Woche so vorführen willst? Ja. Es ist eine Ehre, wirklich. Äh, es hat eine Weile gedauert. Ich bin froh, dass ich ein Teil davon sein konnte. Klar, schlussendlich ist viel Arbeit, wenn sie danach so eine Pause hatte. Oder nur die ganzen... Jeden Tag. Also wenn sie sieben Tage die Woche gearbeitet hat, dann... Ah, ihr Geburtstag. Das heißt, heute hat es eigentlich Geburtstag. Oh nein. Ich habe vergessen, dass es heute war. Oh. Das heißt... Ja. Ja. Hm. Und jetzt? Allein auf dem Campus wohnen? Ah. Ja. Aber... Wir haben dies hier. Ich habe dem noch nicht zugesteckt. Aber du denkst ernsthaft darüber nach. Ich meine, es wäre nur für eine Weile. Das hast du auch über die... Arbeit nachts gesagt. Jetzt ist es jede Nacht. Ich weiss, es ist nur... Wir leisten einfach unglaubliches Quincy. Und wir sind dem Durchbruch so nahe. Es könnte die Welt verändern. Es wollte ich schon immer erreichen. Schau, ich weiss, ich war nicht für uns da, wie ich sollte. Es tut mir leid. Aber ich dachte, wir beide wussten, was ich direkt von Anfang an leisten muss. Oder nicht? Du hast mir gesagt, dass du es verstehst und du mir einen Grund gibst, weiterzumachen. Dass du mir die Welt zeigst, dass ich bleiben und dies tun kann. Ich weiss, es klingt egoistisch, aber ich habe nie danach gefragt. Ich hätte nie Ja gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass du es nicht wirklich möchtest. Natürlich wollte ich es auch. Ich wäre nicht mehr hier, wenn es nicht so wäre. Ich meinte, was ich sagte und ich habe so hart versucht, genau das zu tun. Es ist nur, ich dachte nur, wir können immer noch mehr haben als nur das. Ich weiss, dass ich dir gesagt hatte, dass ich dir die Welt bringen würde. Aber, nehme an, an einem gewissen Punkt wollte ich auch die Welt sehen mit dir. Unverständlich. Und jetzt fühlte sich alles nur noch weiter und weiter vegan. Das ist dir gegenüber aber nicht wirklich fair, oder? Ich glaube, ich weiss nicht, was ich wirklich erwartet habe. Es tut mir leid, ich kann wirklich nicht länger bleiben und darüber reden. Sie muss zur Arbeit, schön. Ich bin schon zu spät und wir sollen unsere Fortschritte heute den Investoren präsentieren. Aber darüber reden wir später, ok? Und dann kommen sie nie mehr zurück, schön, oder was? Ja. Hm. Hm. Ja gut. Ich verstehe den Punkt, ja, ich meine, schlussendlich, man sieht sich gar nicht. Nur, er pennt dann halt schon ein, sie kommt nach Hause und sie geht wieder früher. Und man sieht sich dann gar nicht mehr. Dann muss man sich auch noch fragen, ja, überhaupt, ob sie das dann noch lohnt. Und dann müssen sie nur noch dort wohnen und nicht mehr hier und die Polizei. Das heisst, zum Glück ist sie später gekommen. Hey. Was ist hier geschehen? Das Gebäude ist geschlossen. Was möchten sie hier? Ich arbeite hier. Linri. Dr. Kim. Was geschieht hier? War das Louis? Es hat nicht funktioniert. Die Investoren waren schon da und wir warteten und... Also Louis, er leitet die Demo in deinem Namen, aber sie wollten einen Live-Test. Ach du Scheiss. Und dann waren sie genau an dem Tag, was sie spesotypisch. Genau dann spricht man ein bisschen mehr mit seinem Partner, spricht sich aus, dann kommt sie zu spät. Anstelle, man wartet, aber sie sind halt Investoren, die wollen nur Geld und alles sehen und fertig ist. Und sie hätte es vielleicht besser machen können. Er hat die Demo in meinem Namen, und das ist noch schlimmer. Ähm, Dr. Haines und Dr. Yu sind immer noch drin und reden mit den anderen. Sie sagten... Linri, warte. Schön. Ja, cool. Deshalb möchte sie alles zurückdrehen. Okay. Hier ist nichts, okay. Okay. Aber was nützt eine Speicherschnittstellenmaschine, wenn sie den Benutzer tötet? Wir wissen dies ja nicht genau. Es ist nur ein gescheiterter Versuch. Nun viel Glück mit weiteren Versuchen unter all den Vorschriften, die dies auslösen wird. Wir laufen unter dem Radar. Die könnten wir umgehen. Nein. Nur du warst unter dem Radar. Ja, und jetzt bist du völlig darüber hinaus geschlossen. So oder so, wenn es eine grundlegere Unvereinbarkeit mit dem Schreiben der Erinnerung gibt, das verheisst sicher nicht Gutes für den Kern des Projekts. Oh, ihr seid so ein pessimistischer Hau. Hast du noch nie von einer substanziellen Änderung gehört? Lass uns nicht den Kopf aufgrund eines kleinen Rückschlags verlieren. Wie ist das ein kleiner Rückschlag? Ja, was ist überhaupt der Sinn einer Erinnerungsschnittstelle, wenn sie dabei sterben? Nun... Linri? Und sie geht wieder... Warte, Linri! Ja, toll. Wir kommen nicht mehr näher. Sie verfolgten sie. Sie wollten nichts mehr damit zu tun haben, höchstwahrscheinlich, weil es halt... Da haben sie doch geredet, okay. Und ist dann gegangen. Koffer abgelegt. Und gegangen. Und dann ist sie. Hm. Und dann ging sie nach Hause? Und wir sind nicht da, oder was? Oder was ist unsere Meinung dann? Hey, du bist aber früh zurück. So. Was ist los? Ich wähle hier weg. Möchtest du in der Resistanz leben? Nein. Ich möchte die Welt mit dir erkunden. Ja. Am Flughafen. Und wir gehen wirklich jetzt weg? To the moon! Nein. To the moon! Nein. Aber wirklich? Wir sind jetzt wirklich dann... Ab was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn du wirklich sagst, ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt einfach wirklich mit meinem... ...Freund leben. Die Welt anschauen. Den Eigentum mal live zu sehen. Bereisen. Sachen erkunden. Die Welt erleben. Ah, schön. Das erklärt aber immer noch nicht, warum das alles passiert. Der Verkäufer da. So. Ah, so schön. Und hier auch. Also alle... Wow. Da sind sie wirklich alles. Da waren sie gefühlt. Alles anschauen. Sekunden. Hatten eine schöne Zeit. Pizza. Ja. 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 Ein Selfie mit dem... Pizza. Und... Pyramida. Schön. Wow. Es ist gar hier. Ich kriege diese schon mau. Hö. Hö. Und. Musik Wo haben sie die rückseitige Welt? Schön Nicht hinschauen Böse Ich glaube es war so oder so schon zu spät Sie hat alles schon gesehen Blick Oh 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 Venedig Ja klar Typisch Hey Quincy Ich bin froh, dass wir auf diese Reise gegangen sind Wir kommen eines Tages zurück Oh nein Lindry Äh Geht es dir gut? Ja, nur ein bisschen luftkrank aufgrund des holprigen Fluges, denke ich Bist du dir sicher? Ich habe noch nie gesehen, dass du vorher luftkrank wurdest Ich rufe deinen Arzt an Lassen wir dich einfach mal untersuchen Nur um sicher zu gehen Ja gut, würde ich auch Tun Ganz ehrlich Sicher ist sicher Schwanger? Ja So sieht es aus Mein Glückwunsch Entschuldigen Sie War das nicht geplant? Ähm Nein Aber Es war nicht mal geplant Ähm Aber Wollen Sie die Herr Doktor Meine Daten Ja Ich weiss Bescheid Über Ihre Verfassung Dann kann ich wirklich noch Ganz ehrlich Es ist ein Berechtiges Anliegen Aber wie soll ich das ausdrücken? Die meisten Menschen haben eine Form von erblichen Risikofaktoren zur Weitergabe Wenn es etwas mit Extremrisiken wie das Huntington ist, könnte man diese Abschreckung nennen Aber bei anderen schwerwiegenden, aber häufig Formenden wie Krebs ist es normalerweise nicht der Fall Ihr seltener Zustand andererseits Obwohl es auch schwerwiegend ist, liegt es irgendwo dazwischen Wow Super Nun Verstehen Sie mich nicht falsch Ich ermutige Sie nicht direkt Und es gibt noch andere Probleme Aber dies ist eine Entscheidung zwischen Ihnen beiden Ähm Ähm Vielleicht gibt es Risiken Wenn sie das für Kind bekommen würde, dass sie vielleicht dann sterben würde Oder nicht verkrafen Oder nicht verkrafen Was denkst du gerade? Bedenken wir das gerade wirklich? Ich weiss nicht, aber Wir müssen eine Entscheidung treffen Du sagtest, du möchtest eine Familie Richtig? Ja, aber das ist bei weitem mehr, als ich wollte Ich meine, vor nicht allzu langer Zeit war ich immer noch mit meinem eigenen Lebensunterhalt beschäftigt Ich nehme an, es ging mir in letzter Zeit gut, aber trotzdem Vielleicht können wir ein paar Tests buchen Der medizinische Fortschritt hat einen langen Weg zurückgelegt Das würde uns nur die Chance verraten, es wäre so oder so ein Risiko Und abgesehen von all dem, überhaupt Eltern werden Was ist mit dir, Quincy? Ich meine, würdest du überhaupt eine Familie gründen wollen? Ehrlich gesagt Bevor meine Grossmutter starb, war sie die einzige Familie, die ich bisher hatte Ich kann mich kaum daran erinnern, mit meinen Eltern zusammen gewesen zu sein Aber An das Gefühl Unsere eigene Familie zu haben Ehrlich gesagt Das klingt doch ganz nett Aber Wie du schon sagtest Es geht um mehr als nur das Ich habe Angst, Quincy Ich auch Aber Aber es ist unsere Entscheidung Was auch immer es wert ist Sei dir nur bewusst Dass egal, wie wir uns entscheiden Ich werde es mit dir bis zum Ende durchziehen So, wie haben sie sich denn jetzt schlussendlich entschieden? Haben sie ihn noch herausgezögert? Ich habe noch drei Fast drei Balken nur noch Dann haben wir es Und genau da Also haben sie sich entschieden? Ja, da ist der Herzschlag Haben sie Herzschlag gesagt? Ich sehe es Und hier drüben ist der Arm Wir haben einen Arm, Lindri Und der andere Arm Wir haben zwei Arme Schön Bequeme Schuhe Auf jeden Fall Und vergiss deine Brennatales Vitamin nicht Aber das Wichtigste ist Schlaf Damit du etwas hast Warum du dich erinnern kannst Okay Nun, wir dachten an Tobias Wenn es ein Junge Und Gabriel Wenn es ein Mädchen wird Und das sind die Beides schöne Namen Trotz, komm schon Das sind wunderbare Neuigkeiten Ja Sei besonders vorsichtig Okay, Lind? Werde ich Übrigens Du weisst Dass du es schon herausfinden kannst Oder? Warte Was herausfinden? Ja, ob es ein Mädchen Oder ein Junge ist Das klingt doch Hier auch noch Vorbereiten Nun, es sieht so aus Als ob Warum Oh, ich glaube Das fühlt mich jetzt so Ja Als ob Was ist los? Ja Es ist ein Junge Das klingt alles so schön Und schlussendlich Stirbt sie vielleicht Dann eben Bei der Geburt Oder so Ja Es wäre so typisch So X und noch reinhauen Oh, und das hier Wird dem kleinen Tobi So gut stehen Das sieht ein bisschen Gross aus Für ein neugeborenes Mom Äh, Olin Wir werden keine Zeit haben Auf diese Weise Einzukaufen Wenn es so weit ist Wie ist das? Hm Angenehm Und das? Hm Was mit Was ist mit Auskissen Hiermit Stopp Du willst das Baby Erstecken Ja, nicht aus geht's In das Böse Bereit? Los geht's Es ist ein wenig Antiklimatisch Wenn wir alle schon Jetzt verwöhnt werden Pst Ich glaube Ich lasse mir Doch nicht die Chance Auf eine Enthüllungsparty Entgehen Nun Zumindest benutzt du Keine Nebelmaschine Ja, noch besser Was ist passiert? Ich habe einen Tritt gespürt Es hat nur mein Magen geknurrt Oh, ja Vielleicht erst mal Abendessen Warte War das auch dein Magen? Nein Das war nicht Nein Das war nicht dein Magen Hm Ja Der tritt da drin Immer noch kräftig zu Der kleine Der kleine Kerl Und es scheint als ob Hm Was denn? Stimmt irgendetwas Nicht mit dem Baby? Nein Dem Baby scheint es gut zu gehen Es ist nur Nur zu vorsichtig Lassen Sie mich In den nächsten Wochen Ein paar zusätzliche Tests Für sie buchen Hm Nein Eigentlich habe ich gar keine Lust Wie sich das jetzt weiterentwickelt Aber okay Dein Elternhaus Was? Ja Ich wollte dich schon Lange mal hierher mit ihm Wenn wir nur näher dran Wohnen würden Lieber später als nie Also ist das der Ort An dem du deinen Nostalgischen Schatz Aufbewahrst? Naja Es gibt immer etwas Wow Du hast als Kind sicher viel gelesen Ja Ich habe es geliebt Es kam mir das Gefühl Viele verschiedene Leben zu leben Es ist komisch Sich vorzustellen Dass das als Kind Mit einem ernsten Gesicht Gesagt hast Hm Der kleine Prinz Ja Mein Vater hat mir das Vor so vielen Jahren Geschenkt Es ist seltsam Wie im Laufe der Jahre Seine Geschichte Etwas anders Für mich bedeutete Hey Lass es uns mitnehmen Vielleicht können wir es Tobi Eines Tages Vorles Hm Tobi Ich habe nur so Angst Wie sich das jetzt Die Stimmung Abdriften wird Ich habe das starke Gefühl Leider Ja Ich bin okay Ich bin nur Oh scheiße Oh nein Sie ist wieder ohmächtig gewohnt Wie damals Als Kind schon Du scheiße Reden Okay Schnell Schnell Sind sie sicher Ich fürchte ja Wir haben mehrere Tests Durchgeführt Die Entwicklung ist akut Und es scheint sich schnell Zu verschlimmern Aber warum ausgerechnet Jetzt Und das Baby Die Baby scheint es gut zu gehen Aber Aber Nun da wir es so Früher erkannt haben Ist noch Zeit Sie zu behandeln Linri Das ist gut Es ist nicht sicher Aber die Prognose Ist günstig Wenn wir Wenn wir sofort Mit der Behandlung beginnen Moment Wir fangen sofort an Ist das Okay Für das Baby Leider nicht Wir müssen Eine vorzeitige Geburt Einleiten Bevor wir mit der Ach du scheiße Ja toll Geburt einleiten Aber sie ist zu früh Ich weiss Wir haben die Einrichtung Um in diesem Fall Zu versuchen Das Baby am Leben zu halten Aber Eine so frühe Geburt Ist oft nicht Ohne bleibende Beide Aber das ist ja Ja klasse Und wenn wir meine Behandlung Zurück halten Bis Er so weit ist Dann würden wir Das optimale Zeitplan Verpassen Um ihnen zu helfen Ach du scheiße Also entweder Das Kind Oder sie Und das Kind Will vielleicht gar nicht Überleben Oder wenn Dann ist Dann beeinträchtigt Und sie Kotobahn Dann freistreten Ach du scheiße Es würde dem Baby Mehr Zeit geben Sich ungestört Weiterzuentwickeln Aber für sie Selbst im besten Fall Würde eine verzögerte Behandlung Immer noch zu einer Lebensveränderung Beeinträchtigungen Führen Und im schlimmsten Fall Nun ja Ja wir wissen Bescheid Doktor Wir brauchen sie Im Raum 5 Ich gebe ihnen Bein Ein Moment Zeit Darüber nachzudenken Ja Klasse Da schreien sie sich jetzt Ich weiss Es ist schwierig Aber im Anbetracht Der Umstände Müssen sie Schnellstmöglich Eine Entscheidung treffen Es tut mir leid Dass sie sich Entscheiden müssen Ja mir tut es auch leid Das möchte man nie Das möchte niemand erleben So eine Scheiße Was haben wir uns Nur dabei gedacht So ja Wenn das Baby Gar nicht Haben sollen Weil ansonsten Wäre es jetzt einfach so Ah ok Ohne Baby Ja wir beginnen jetzt Mit der Behandlung Ach der Scheiße Wie konnten wir Wie konnte ich Nur jemals glauben Dass Das eine gute Idee sein würde Es ist meine Schuld Das hättest du nicht Wenn es nicht für mich wäre Das ist nicht der Grund Warum Ich Es war alles wie ein Verschobener Traum Weisst du Mit dir um die Welt zu reisen Und mich auf das Baby Vorzubereiten Letztes Jahr Es war alles so Normal Ich wollte nur Nicht aufwachen Du sollst die Behandlung machen Ich meine Stattendlich Ging es ja sehr lange Gut mit ihr Sie hat ja Jetzt Sehr lange Nicht mehr Den Anfall Also Die Ja dass sie Ohmächtig wurde Was Ich sage es damit Du es nicht tun musst Quincy Ich werde mein Bestes tun Um mich achtsam Um ihn zu kümmern Aber du Nur so Wirst du überhaupt Dazu entstanden sein Das ist ihm Gegenüber nicht fair Es wäre auch nicht gut Für ihn ohne Mut Ja eben Also ich verstehe den Punkt Ist das beschissen Das ist Das ist etwas Woran wir schon lange Vorher hätten Denkt nur Ja Klasse Wir haben Einen Fehler gemacht Okay Ich habe Einen Fehler gemacht Wir können Die Vergangenheit Nicht ändern Aber wir können Immer noch Von diesem Zeitpunkt Anentscheiden Quincy Wir können Dich nicht Verlieren Bitte nicht Ich hoffe Sie haben sich Wirklich Da Entschieden Mit der Behandlung Schon zu beginnen Auch nicht fair Das klingt klar Aber Ganz ehrlich Behandlung Okay Sie haben es nicht verzögert Wie wird es jetzt sehen Wow Ja Okay Linry Du bist wach Quincy Wie geht es dir? Ich Ich bin okay Der Eingriff Verlief reibungslos Linry Ah perfekt Wir werden Mit dem Nachuntersuchungen Fortfahren Und bis jetzt Sind sie Noch im grünen Bereich Perfekt Okay Gut Gut Und das Baby Er ist im Moment Stabil Aber wir müssen Ihn hier noch ein paar Monate Überwachen Ja Verständlich Seine Organe sind nicht Vollentwickelt Und wir halten Ihn am Entlatungsgerät Aber selbst dann Ist unsere Hilfe Nur bis Zu einem gewissen Punkt möglich Ich bin nicht sicher Wie er sich Entwickeln wird Wenn er aufwächst Aber es wird Nicht einfach sein Tun sie ihr bestes Um für ihn zu tun Okay Wow Und er Schläft dort ein Kaffee Okay Dann können sie das Kennen Okay Perfekt Ist doch schön Und das Baby Und das Baby Mit dem Beatmungsgerät Die ganze Zeit Aber sie haben sich Um das Kind gekümmert Alles gegeben Warum muss die Musik Nur schön sein Wie dem Krankenhaus Irgendwann Alles gut Oh nein Oh nein Wir werden wahrscheinlich Die gleiche Diagnostizierung Wie bei ihr Oder was Nicht mehr viel Oh Oh Hm 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 In seinem jetzigen Zustand, meinst du es wäre okay rauszugehen? Lindri Ja, okay Hast du Hunger Tobi, irgendwas was du willst? Lass uns einfach wissen Papa, wo gehen Mama und Opa hin? Sie sind auf dem Weg, dir etwas wirklich cooles zu besorgen, also halte einfach durch, okay? Okay Ich muss mich jetzt zu Ramon 1, meine Güte, die Wolse greift mich auf Wieso? Ich könnte ein bisschen Staubwischen vertragen, aber funktioniert immer noch wie neu Ich kann nicht glauben, wie lange es her ist Hoffen wir nur, dass die Sterne nicht weg sind, hm? Ich wollte aber, bis er ein bisschen älter ist Wieso das? Nun, du siehst so etwas nur einmal zum ersten Mal Es ist schön, wenn man sie nicht nur als hübsche Lichter am Himmel zu schätzen weiss Erinnerst du dich noch daran, als du mich das erste Mal zum Sterne gucken mitgenommen hast? Wie könnte ich es erst vergessen? Ich habe dich gefragt, ob du ein Stern oder Lavendel sein willst und du hast gesagt, du wirst ein Stern sein Damit alle anderen sehen können, wie schön der Lavendel ist Ich habe gelogen, weisst du? Ich meine, zu der Zeit war es dumm Ich wollte dich nur stolz machen Aber später dann tatsächlich strebte ich danach, ein Stern zu sein Es war nie wirklich, weil ich es wollte Es war nur, weil ich Angst hatte, meine einzige Chance zu verpassen, zu strahlen Ich weiss, ich soll nach grossem Streben um meine Spuren hinterlassen, aber Es ist falsch, wenn alles, was ich wirklich sein wollte, nur eine weitere Lavendel ist Ich weiss nicht, wie es ist, nach grossem Streben zu wollen, Lynn, aber Ich weiss, dass diejenigen, die eine Spur hinterlassen, sich oft nicht vorgenommen haben, dies zu tun Aber sie tun es trotzdem und oft auf die unerwartete Weise Und hey, ob du es magst oder nicht, du hast auf jeden Fall einen Eindruck bei mir hinterlassen Ich meine, sicher, es mag nicht für die ganze Welt etwas bedeuten, aber Jemand die ganze Welt zu bedeuten zählt immerhin auch etwas, oder? Wie du mir und so bin ich mir sicher, tut Tobias dir Ich weiss, dass du immer noch Schuldgefühle hast, Lindri, aber das bringt doch nichts Niemand ist für immer hier, also können wir nur das Beste aus dem Machen, was uns gegeben ist Und das schliesst die Zeit ein Also, lass uns mit ihm die Wunder sehen, die diese Welt noch zu bieten hat Ja Möchte sie wahrscheinlich die Welt zur Zeit zurückkehren und sie umentscheiden, um ihr Kind zu retten Und dafür stirbt sie, oder was? Was war das? Ja Tobi, kannst du mich hören? Bitte, schickt einfach sofort jemanden Nein, er ist nicht Nimm ihn, heil ihn, keine Ahnung Ja 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 Ja, und sie gibt sich jetzt die Schuld. Nein! Und seitdem haben sie sicher nicht mehr richtig geredet. Vielleicht haben sie sich sogar getrennt. Weil sie sich halt immer noch schuldig fühlt. Bitte nicht. Ja, ja. Weil sie vielleicht das Gefühl hat, er hat sie noch dazu. Ja, auch nur gesagt, hey, ja, ist doch besser, wenn sie das tun. Dafür lebst du. Das Kind lebt auch halt, ja, nicht sehr lange. Und ich glaube, dass der Punkt, oder der Grund, warum sie zurückgekehrt ist, dass sie dort mit der Zeit zurückkehren kann und das rückgängig machen kann mit ihrem Sohn. Dass sie dafür stirbt, aber er noch mal leben kann. Oh Gott, tut ihr da bitte nicht. Ich hoffe, ich liege da falsch. Aber ja, dann ist sie, ja. Sie ist gegangen dorthin, jetzt zurück in dieser Wohnung. Sie hat sich nie mehr gemeldet. Boah, und da hat sich aber nie mehr gemeldet und der ist einfach alleine geblieben. Ich hoffe, ich schreitze. Sie hat sich nie mehr gemeldet und du siehst. Ich hoffe, ich schreitze. Ich hoffe, ich schreitze. Ich schreitze. Ich schreitze. Ich schreitze. Ich habe sehr viel Zeit investiert, wie wir sehen. Sehr viel Zeit experimentiert. Ach du Scheisse. Die Katze. Alles. Und Schnee. Wir haben fast voll die Daten. Passt. Linnri, alles ist bereit für die morgige Präsentation. Die Tests verliefen alle ohne Probleme. Wait. Wie alt ist sie da jetzt schon? Soja. Hä? Du willst mir sagen, sie haben sich nie mehr wieder gesehen und sie hat sich nur noch für diese Arbeit... Okay. Es soll sich etwas ausruhen. Sie werden morgen früh hier sein. Aber der ja auch. Du arbeitest noch, der ist ja auch die ganze Zeit hier. Krass. Ja, ein weiterer Test schadet nie. Hey, da kann ich nicht widersprechen. Oh, ist das anstrengend. Ezialisierung. Welkommen zurück... Doktor. System, führe ein Stresstest über künstliche Speicherkonvergenz durch. Bitte wähle Test-Siefe-Einheit. Durchsuche Speicher für Schnee. Warte. Geht zurück. Geht zurück. Geht zurück. Auswahl der Einheit bestätigt. Geht zurück. Ich muss drücken. Persönlichkeit und Eigenschaften beibehalten. Ja. Extrapolierte Erinnerungen behalten. Ah, verstehe. Nein. Verwender gehen in Ere-Schenin. Okay, das heisst, er kann sich gar nicht daran erinnern, weil sie das gelöscht hat. Das ergibt dann Sinn. Bitte Erinnerungseinstellung für das künstliche Einsatz auswählen. Das spielt keine Rolle. Wähle eins für mich aus. Erinnerung geladen. Einen Aufenthalt auf Juhaeins anwiesen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Oh mein Gott. Ja, schön. Und so begann alles. Oh mein Gott. Und so begann alles. Oh mein Gott. Ach der Scheisse. Ah, hey, die Horst. Hey, gut, gut. Danke. Dir? Endlich Feierabend. Schön. Schön. Ja, wir haben da... Oh. Es hilft dich. Aber die ganze... Oh, schön. Jetzt habe ich wirklich alles erfahren. So, du hast das Ende erreicht. Bist du eigentlich... Ja, das ist die normale. Ich weiss, dass du noch mehr Fragen hast. Ja, die haben wir immer noch. Aber... Ich habe eine brisante Theorie, die deine Hilfe beim Testen benötigt. Würdest du mit mir zurück zur Villa kommen? Ich habe nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, gut, stimmt. Eine, 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 eine... Oh, ich hab mich denn... Oh, ich hab mich... Oh, ich hab noch nicht... Oh, ich hab noch einen. so wie die das hier auch noch zu lösen die mutfälle unten nein noch nicht noch nichts gibt doch jetzt noch ein kapitel aber ja schon fast ich meine was ist es denn nicht zum einen versuche ich mich wohl immer noch daran zu gewöhnen dass du dein wahres ich ich habe das nicht böse gemeint und selbst dann warum interessiert es dich überhaupt was ich denke und ja es ist ich bin mal gespannt was ihr plan ist sie scheint beschäftigt zu sein vielleicht könnte ich zuerst etwas herumschleichen absprechen nicht jetzt deaktiviert okay alles deaktiviert ok hier unten können wir jetzt vielleicht zum geheimgang nutzen nein schade können wir nicht die köche auch wir sind auch deaktiviert weiss ja nur in ihrer welt stattfindet das alles da begann alles beim händewaschen ich habe jetzt nichts mehr gewonnen alles deaktiviert die zeit was zum teufel diese brunnen war da nicht was drauf ja doch ich schätze der ort wird jetzt immer seltsamer aber vielleicht sollte ich lindere fragen wenn ich die möglichkeit habe wir schauen uns um ist der fuchs jetzt hier das tor ist verschloss ok kann man hier noch was ich glaube nicht und fragen wie sie gleich mal hey es ist fast fertig was ist los und was ist das alles ich habe einen batch test zusammengestellt um auf bestimmte verdächtigungen zu prüfen es war so gut wie fertig aber du warst zu früh weg zu früh es hat sich angefühlt als wäre ich da eine ganze zeit lang drin gewesen du warst in einem separaten datenstrom wo zeit anders erlebt wird äh ist das game of steam ja auch noch nie ein wirklich ein sehr schönes indie game von free bird games kannst du gerne nachschauen auch to the moon sehr gutes spiel und ähm finding paradise da haben sie eben zu 50 stunden und alle wunderschönen geschichten also jetzt auch das ich bin noch gespannt wie sie das jetzt noch weiter drücken wird aber ich habe hier und da ein paar momente dachte ich okay muss ich mich ein bisschen zurück er war wirklich sehr schön in indie game nicht sehr teuer ganz günstig aber ja da fand ich es für mich so wenn es solche spiele finde ich es immer schön wenn ich die unterstützen kann auch wenn es dann noch so soundtrack gibt die man noch kaufen kann einfach weil es so kleine entwickler sind aber nein das habe ich auch noch echt schön und es gibt auch etwas gratis glaube ich ein Spiel von ihnen das man einfach herunterladen kann alles auf Steam zu finden Freebird Games heissen die Entwickler es waren hier nur ein paar Minuten achso, ok ja auf jeden Fall es ist wirklich Komplikationen fortsetzen 67% Kram kann sagen, es ist nur ein Point & Click und mit der Maus nichts viel aber es ist wirklich die Story und die Musik die es ausmacht eigentlich während wir warten habe ich eine Frage an dich an mich ja angesichts dessen was du gesehen hast angesichts dessen was du gesehen hast bin ich eine schlimme egoistische Person nein ja nein ja doch auch schon nein ich sage jetzt nein aber ich finde das ist nicht angemessen zu sagen ich meine ich kann nicht sagen dass du alles richtig gemacht hast aber ich weiss nicht wie viele Leute es tun könnten wenn sie tatsächlich in deinen Schuhen stecken würden auch wieder wahr ähm aber egoistisch ich nehme es an ich war nicht ich meine Quincy war nicht gerade altruistisch aber er schien wirklich sein Bestes zu geben und dein Glück über alles andere zu stellen Lingerie zusammenstellen 27% äh 72% ich verstehe nun wir haben noch Zeit also ich werde den Gefallen erwidern gibt es irgendetwas was du mich fragen willst warum 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 kümmert es dich überhaupt was ich denke ja ich meine wenn ich bin was ich bin warum redet du überhaupt mit mir als ob es wirklich er wäre also irgendwie sind halt nur nicht mal echt eine Illusion weil du weil ich deine Glaubwürdigkeit testen soll das ist alles ist dies so die Samenstellung stellen 76% nun möchtest du eine aktuelle Frage stellen solange es noch Zeit ist ja warum soll ich es verneinen ja mehr was haben wir noch mehr also wir können so viel der wahre Queen sie fehlende Brunnen ich kann dich alles fragen höchstwahrscheinlich scheisse wie machen sie zuerst das ich habe gerade draußen etwas seltsames gesehen du kennst den Brunnen dort war scheisse also wir können gar keine Fragen stellen ja scheisse ach komm ich hoffe es macht dir nichts aus wenn ich frage aber am Ende diese Montage sind einige Jahre vergangen was geschah mit mir ich meine ähm Quincy ich weiss es nicht schön du weisst es nicht also du weisst selbst nicht was mit uns geschehen ist also mit dem echten auch toll nein es ist viele Jahre her dass wir uns unterhalten haben nachdem alles geschah gingen wir unsere eigenen Wege ja toll ähm ja sozusagen also Klon sie hat ähm ein Experiment gemacht um mit zu einem ich sage jetzt mal VR Headset angeheftet und so ihre eigene Welt erschafft um weitere Experimente vorzuführen und hat ihn also ihr Mann ähm wieder so in diese in diese in diese Villa eingesteckt einfach ohne Erinnerungen aber die Charaktereigenschaften so sind ähm ja sind geblieben nur die Erinnerung hat er verloren also der Körper die Personen hier es gibt es in wirklich also gibt es in Wirklichkeit aber es nur in ihren Kopf drehen weil sie die Welt so geschaffen hat für ihr Experiment ähm nachdem alles geschah gingen wir unseren eigenen Wege oder vielleicht um es genau auszudrücken war ich es und Creep ja Creep ist ja ja zusammenstellen 82% also ich glaube das nutze ich zweimal das gleiche zu fragen die Mode also was ist mit den Moden die hier passieren ich meine diese Simulation basiert auf deinen Erinnerungen richtig bekommst dass ich sie in den Rückbringungen nicht gesehen habe weil die Mode nie geschah zumindest kann ich mich nicht daran erinnern dass es passiert ist ah seltsam ist weil es in dieser Simulation meiner Erinnerung nach unvermeidlich zu sein scheint hast du herausgefunden warum noch nicht aber mit dem was ich einrichte ich fürchte ich bin dabei 48% etwas fertig wir haben noch Zeit für weitere Frauen ähm wassbecken seitreise über das wassbecken im Bad ich weiss jetzt dass die Zeit nicht zurückgespult wurde aber warum hat es getan was es getan hat das wassbecken hat nie etwas getan ich weiss es ist schwer zu glauben aber es war ein Zufall oder besser gesagt eine Reihe von Zufällen okay das geschieht von Zeit zu Zeit beim Debuggen habe ich das Szenario ein paar mal im Verlauf zurückgesetzt es war im Versehen aber weil du eine eingefügte Einheit und nicht original warst wurdest du nicht zurückgesetzt und ich habe nur zufällig jedes Mal wenn du ein Reset gemacht hast dieses wassbecken benutzt ist es nicht ein bisschen zu viel Zufall ja eben es ist seltsamerweise unwahrscheinlich aber eben noch über eine 0% Wahrscheinlichkeit ein der Gründe für meinen Verdacht eigentlich aber das werden wir bald testen 94% eine letzte Frage und wir starten war Linri verdoppel Teil Tunnel Raum Linri verdoppel Linri verdoppel also ihr wart wirklich zu zweit wohin in dieser Villa nun beim ersten Durchlauf habe ich in dieser Erinnerung die direkte Kontrolle über mein selbst übernommen also gab es nur eine aber bei einem Reset nach dem Mord musste ich diese Auskundschaften und debuggen also habe ich ein weiteres mich hervorgebracht du konntest mich nur sehen weil wir beide vom ersten Spawn vor einem Reset da waren achso also ja ich und mein anderes ich 100% sind jetzt ist bereit ich habe eine reihe von test szenarien mit bestimmten variablen vorbereitet besonders der standort von dr die und die und die beobachter sein beobachter genau alles was du machen musst ist in die räume zu gehen um dich umzusehen das klingt einfach schau dich um um zu sehen ob sie tot sind das ist einfach aber weniger ansprechend dient der wissenschaft oh na dann äh yay in der tar bist du bereit ja 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 auf jeden fall wir nehmen das mittlere ja ja super jetzt kontrolliere das bad das bad ja ich habe sie zuerst dort aufgefüllt kannst du nicht das bad ist wie das einzige heichtum welches ich noch hatte alles gut ich werde alles beobachten und hier draussen war nebenbei gesagt du musst lernen aus deiner komfortzone ausbrechen oh wir waren bereits weit über dem konzept der komfortzone hinaus ja schön ja für die wissenschaft wirklich so gefühlt für die wissenschaft ja ja ich sehe sie gut jetzt komm da wieder raus ok wirklich hallo sie scheinen nicht ansprechbar zu sein ja gut also lebendig oder tot am leben denke ich sie bewegen sich nicht geschweige reagieren ja ich habe sie auf eine andere Ebene gelegt ok gehe jetzt noch ein paar mal rein und raus und melde ihren status alles klar Oh mein Gott, jetzt sind sie wieder tot. Lindri. Tod, Lindri. Sie sind tot. Äh, bist du sicher? Ja. Das könnte schlecht sein. Es ist schlecht. Sie sind tot. Okay, ich logge mich eben aus und hole Dr. Kim und frage ihn um Hilfe. Kontrolliere einfach die anderen Räume, während ich weg bin. Okay, ja, danke schön. Warte, du lässt mich hier alleine, um noch weitere Leichen zu suchen? Wo ist das Problem? Du hast bisher weiter Schlimmeres als das gesehen. Außerdem, du weisst doch, dass sie nicht real sind. Ich weiss, ich bin nicht real. Ich meine, in Bezug auf Realität. Sie sind genauso echt wie ich. Gutes Argument. Okay, dann hier. Die Katze. Dein Ernst? Was ist da? Was? Dein Portika? Mein Portika-Urt. Ja, er beschützt dich. Okay, ich bin bald zurück. Viel Glück. W-w-warte. Wir haben wirklich jetzt eine Katze als Bodyguard. Sagen wir, beschützt du mich wirklich? Du beschützt mich nicht. Äh, was zum... Äh... Was war das? Ich bin das System. Äh... Oh, ich habe dich in ihren Erinnerungen gesehen. Gut. System überwacht Wincy, während Linry weg ist. Tust du jetzt? Ich nehme an. Ich habe gerade eine riesige sprechende Schalwelle als Babysitter. Ich habe keine Angst. Dies ist nicht meine endgültige Form. Ultimate Form? Schau eine Form, welche du verstehen kannst. Oh nein, nicht Reisbrot. 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 In der Tat. Reisbrot war buchstäblich der holprige Anfang meiner AI. Aber jetzt bin ich viel mehr. Ich bin der Schöpfer der Welten und koche von Reis. Probiere meinen Reis. Ist das dumm. Probiere ihn. Okay, und die Katze nie ist das auch. Holy. Wir wissen schon. Das. Das. Das ist der geschmackvollste Reis, den ich je gegessen habe. Ähm. Wie kann etwas so gut schmecken? Niemand weiß es. Ich. Ich muss es wissen. Es gibt keinen Weg. Keinen Weg, dies herauszufinden. Was passiert jetzt plötzlich? Aber wenn Quincy die Mission bestätigt. Ist die Belohnung mehr Reis. Scheisse. Auf was warten wir denn noch mehr Reis? Oh mein Gott. Los. Bin sie. Reis. Reis. System. Ist der Gruppe beigetreten? Beigetreten. Hä? Was passiert hier? Oh, du kannst auch dazukommen? Cat. Fragezeichen. Ist der Gruppe beigetreten? Jetzt lass uns weitermachen. Jetzt lass uns weitermachen. Zur Partyhalle. Die Küche. Und das Arbeitszimmer. Wiederholen. Bis sie sterben. Das sollte man besser ausdrücken. Jetzt glauben wir gleich wie bei Cluedo. Einfach das. Oh mein Gott, wie das aussieht. Die Katze. Bitte den Raum verlassen zum Reset und danach neu betreten. Hey, wenn es dir nichts ausmacht, wenn ich frage, was ist der Sinn hiervon? Ich meine, wir machen nur ein Reset, bis sie tot sind. Warum töten wir sie nicht einfach? Es geht nicht um ihren Tod, aber wann sie sterben. Jeder Reset ist konfiguriert mit speziellen Konditionen. Muster werden abgeleitet von Experimentdaten. Hypothese wird getestet. Ursache wird bestimmt. Hypothese. Kann man mit der Katze auch reden? Äh, what do you even do? Ich finde schön, dass es auf Englisch sagt. Lötet ein. Jetzt hören die Musik. Bitte den Raum verlassen zum Reset und danach neu betreten. Okay. Hä? Hä? Was? Was? Warum klappt das nicht? Warum geht das nicht? Hä, lol? Nachdenkst du gelöscht? Nachdenkst du gelöscht? Nachdenkst du gelöscht? Lol. Äh. Also eigentlich müsste es. Also, ich weiss ja nicht, was du geschickt hast, aber so Twitch. Ich hab gar nichts gemacht. Ah, du hab's gar nicht. Hä? Bei mir stand, dass du jetzt fünfmal versucht hast. Elf Nachrichten wolltest du links sticken. Aha. Okay. Okay, warum es dann den Dingsbums? Also Link gehen bei mir einfach Twitch-Sachen, Twitch-Links. Also, Worts, Clips, Dostox, Highlights. Das geht. Alles ohne Probleme. Momentan hab ich alles andere ausgeschaltet. Aha, okay, cool. Keine Ahnung, was mein Streamlabs-Bot wieder machen wollte. Bitte denn. Okay, ja. Wissen, nichts passiert. Oh Gott. Ach du Scheisse. Anomalie entdeckt. Schön. Danke. Sicher. Er mag das nicht, ja. Er mag das echt nicht. Wait. Are you getting longer? Todesanomie beobachtet. Bitte zum nächsten Raum gehen. Warte eine Minute. Hat das was mit der Katze zu tun? Nein, nicht du. Du weißt, die, äh, die, Schroh, Schrödingers Katze. Meinst du vielleicht Schrödingers Katze? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Katze von Schrödinger ist. Nein, ist es nicht. Oh, okay. Der Reisboot hat ein, hat ein Streamlabs-Bot immer noch, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Deshalb auch die Links. Aber keine Sorge, ich habe das auch so eingestellt, man kann aus Versehen so viele Links schicken, man wird dann nicht gebannt oder so weiter. Was auch nicht geteilt hat, nur eine Sekunde. Also fast. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bitte den Raum verlassen, okay. Okay. Wenn du sowieso auch hier sein wirst, warum brauchst du mich überhaupt hier? Gute Frage. Weil Quincy auch Testobjekt ist. Du, Satzdaten zeigen, Quincy. Anwesenheit verändert die Ergebnisse. Ich ändere Sachen einfach, indem ich hier bin. Und schlüssig weitere Daten benötigt. Yeah, you're definitely getting longer. Schön, das ist immer noch englisch. Bitte den Raum verlassen, okay. Schön, schön. Mach mal rein. Jetzt sind sie schon tot. Ananomaly entdeckt. Schön. Warte, wenn statt der Beinprofession es die Katze ist, dann wäre es wie die Katze von Shroom, Digger. Würde es nicht... Okay. Todesanomaly in ersten Raum. So long. Badumheim, warum? Ich, ich, ich... Nein, ich hinterfrage es einfach nicht. Stopp. Warum? Schwebezeit. Bitte was? Wow, so mächtig. Aha. Aha, dass der Boot mitgehen kann. Gut, ergibt Sinn. Die Katze, die ist eins zu vier. Was schaue ich mir eigentlich an? Was tue ich mir eigentlich? Ja. Eieiei, bitte den Raum verlassen. Warte, es ist mir gerade eingefallen. Wenn ich diesen Reset durchführe, bin ich dann tätig für ihre Tode verantwortlich? Äh, Quincy führt nicht diese Resets durch. Oh. Oh. Wie auch immer, Quincy ist die der Grund für den Tod durch Beobachtung. Dammit. Warte, was meinst du damit? Professors Status alleine berechnet die Observation. Quincy's Observation verantwortet den Status. Status ist der Tod. Deswegen ist Quincy für die Tode verantwortlich. Okay. Das gefällt mir nicht. Aber vorhin meint es noch etwas anderes. Aber okay. So long, but why? Das ist schon ein bisschen, äh. Ähm. Ja, klar, finde ich. Immer noch nicht, okay. Bitte den Raum verlassen. Ähm. Okay. Dann nochmal. Immer noch nicht. Den Raum verlassen. Reset. Okay, krass. Neu betreten. Neu. Reset. Jetzt sind sie tot. Anomalie entdeckt. Schön. Schöne Beobachtung. Alle aktuellen Anom... Anomalien notiert. Warten auf Linnery für Bericht. Okay. Äh. Wer ist jetzt hier? Und weint? Linnery? Du bist zurück. Hm. Linnery? Was ist los? Was ist los? Was machst du? Äh. Linnery? Du machst mir Angst. Ich brauche... Einen Moment. Was ist geschehen? Was hast du da rausen gesehen? Nichts. Hey, du kannst es mir doch sagen. Es ist doch nicht so, dass ich es jedem sagen würde. Linnery? Linnery? Linnery in Dial-Tests sind komplett. Die Hypothese hält. Fortsetzen. Ja. Ich werde da sein. Bald. Positiv. Weiter zur Partyhalle. Die Hypothese. Bitte geh weiter zur Partyhalle. Bitte. Okay, okay. Sehr gut. So, was passiert jetzt? Es beginnt. Ist das Problem? Huch. Ich kann mich aus meiner Erinnerung daran erinnern. Sie haben die Maschine hier vorgeführt. Richtig. Ich glaube nicht, dass die Wiederholung so weit gekommen ist. Obwohl. Dies ist der fortgeschrittene, äh, der fortgeschrittene Punkt. Wie? Tod ist variabel, aber alle Tore tangieren zu diesem Moment. Wenn sie den Gästen die Maschine vorführen. Bestätigt. Daten sagen voraus. Wenn wir diesen Raum jetzt verlassen, werden alle sterben. Jeder hier wird sterben. Daten sagen dies. Nun, lass uns den Raum verlassen. Äh, nun, lass uns den Raum verlassen. Was? Warum? Es ist unerlässlich. Verlassen diesen Raum und komm zurück, um dies zu bestätigen. Bitte verlasse und komme zurück in diesen Raum. Der Schauplatz wird nicht zurückgesetzt und Tode sind zu erwarten. Okay, aber ich möchte es eigentlich anschauen. Geht nicht. Okay, ja gut, dann gehen wir halt. Ja, dann reset. Was zum, sie ist weg. Daten zeigen. Denn Linri ist offline. Nochmal. Sie kommt zurück. In der Zwischenzeit können wir bitte zurück. Fahrt sie alle zurück. Alles in Tod. Schön. Tode bestätigt. Raum wird zurückgesetzt. Warte, wenn du den Raum zurücksetzt, wenn wir hier drin sind. Warum müssen wir den Raum verlassen und kommen immer wieder früher zurück? Verlassen war keine Notwendigkeit für den Reset. Verlassen war notwendig für den Tod. Was? Bitte was? Immer, immer, wer wir nachsehen, sterben sie nicht. Wow, was ist geschehen? Ich bin nicht sicher. Die sollte nicht geschehen. Das ist vorher noch nie passiert. Unter dem Szenario Ausrüstung erhält Schaden. Die Kernrechercheneinheit im Keller wurde zerstört. Zerstört? Wie? Daten nicht bekannt. Rücksetzung erfolgt. Nun, nun der Abschlusstest. Quincy wird in den Keller gehen. Der Kontrollarm für die Kernrechercheneinheit bestätigt. Beide Seiten werden beobachtet. Datenanomalie wird erwartet. Welche Art Anomalie? Unbekannt. Ich nehme mal an, ich werde es herausfinden, wenn ich dort bin. Erinnerst du dich an den Eingang? Der Billardtisch? Bestätigt. Bitte fortsetze. Fortsetzen. Schön. Oh mein Gott. Warte. Es ist zu gefährlich, alleine zu gehen. Nimm dies. Die Katze möchte nicht. Nimm dies. Nimm dies. Kat ist der Kuppe beigetreten. Ich meine, sicher warum nicht. Okay. Die Katze ist zu viel. Äh, nein. Okay. Wir sind unten. Trotzdem ganz schön creepy hier unten. Obwohl... Ja, die Katze möchte auch mitkommen. Ja, da muss ich. Vielleicht hier kurz? Ist hier was noch? Ich möchte mich eigentlich kurz umschauen. Nein, ist nicht. Wir scheinen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Flur irgendwann einmal so lang war. Äh... Was war das? Katze? Du musst mich retten. Oh mein Gott. Was ist hier? Hier? Hast du... Hast du das gehört? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ich weiss nicht eigentlich was. Ach du Scheisse. Warum? Okay. Weisst du was? Stopp. Hör damit auf. Was zur Hölle ist das? Warum ist der Korridor so lang? Woher kommt dieses Licht? Was sind das alles für komische Geräusche? Hörst du das... Creepy Gnaden des Holz? Wie? Hier ist doch alles aus Metall und Beton. Hier gibt es kein Holz. Und du? Was machst du denn überhaupt? Wie willst du mich denn beschützen? Du hast ja nicht einmal ein Messer. Du bist nur eine Katze. Und jetzt, wo ich so darüber nachdenke... Du bist nicht einmal so gross. Wenn du nur zu irgendwas zu gebrauchen wärst. Jetzt weint die Katze auch. Schön. Okay, schau. Tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen sollen. Sie beleidigt. Es ist... Es war einfach nur ein harter Tag. Meinst du? Ein harter Tag? Ja. Ich will damit sagen. Zuerst die ganzen Morde. Und dann finde ich heraus, dass ich nicht einmal existiere. Sogar für einen Optimisten schmerzt dies. Auf der anderen Seite... Ich denke, schlimmer kann es von hier aus nicht mehr werden. Sag das nicht. Na los. Lass es uns zu Ende bringen. Egal was da vorne ist. Ich nehme es, wie es kommt. Ich nehme es, wie es geht. Äh. Warte. Was war das? Warte. Was? Warte. Was? Ähm. Du hast... Du hast dich verändert. Was? Du wurdest du irgendetwas anderem. Etwas mehr. Du... Du übernimmst die Führung? In der dunklen Stunde bist du wirklich für mich da. Es tut mir leid, dass ich jemals an dir zweifelte. Äh. Alles klar. Na dann, observieren wir mal diesen Computer auf Teufel komm raus. Was ist da? Okay. Unsere Katze beschützt uns jetzt. Hallo. Ah, Lindry. Lindry? Du bist... Du bist zurück? Ja, sorry. Ich musste eben raus, um etwas doppelt zu beprüfen. Bist du so langsam, aber sicher am Kontrollzentrum? Ich hoffe doch mal. Wir waren hier fast Jahre unterwegs. Der Korridor, der dort hinführen soll, scheint gestreckt zu sein. Er scheint eine Schleife zu sein. Junge, ich würde sagen... Warte. Du meinst das wörtlich? Ja. Warte einfach ab. Sollte jetzt behoben sein. Ah, danke. Aber warum war das nun so? Ich bin mir nicht sicher, aber der Raum sollte jetzt direkt vor dir sein. Sag mir Bescheid, wenn du dort bist. Dann steu ich die Demo-Sequenz. Alles klar. Ich bin mir nicht sicher, wenn du das noch nicht verletzt hast. Was ist denn? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Aber... Es ist jetzt hier. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ok, Lindri, hörst du mich? Ja, die Szene ist bereit und geraden. Sollen wir uns auf etwas vorbereiten? Einfach nur dort sein ist schon genug. Wir haben unseren Datenstrom. Du musst nur dort stehen und beobachten. Ok, dann bin ich gut. Nun, dann sollen wir anfangen? Den Abschlusstest starten? Ja. Wir sind bereit. Legen wir los. Ok, die Demoszene ist gestartet. Du solltest sehen, wie die Maschine hochfährt. Ja, hat sie gerade. Gut, behalte das Teil im Augenblick und sag mir sofort, wenn du etwas komisches bemerkst. Aha. Siehst du etwas? Nein, alles sieht ganz normal aus. Obwohl... Obwohl... Hier ist so ein komisches Geräusch. Welche Art von komischem Geräusch? Hat die Maschine einen Kurzschluss? Nein, es kommt nicht von der Maschine. Es hört sich an, als wäre es von... ...dem Schacht. Ähm... Äh, die Katze. Das System ist fast fertig. Was siehst du? Komische Tentakulmonster? Keine Ahnung. Ähm... Ach du Scheiße. Er hat es zerstört. Was passiert hier? Ähm... Nicht bewegen. Was bist du? Warum bekomme ich keine Anzeige von dir? Du weisst bereits warum. Dann bist du der Grund. Als ich vorhin den Steck gezogen habe. Als ich mich abgemeldet habe, war dort nichts. Nichts als die Maschine mit der man sich wieder einmal anmelden kann. Als ob die ganze Welt nur verschwunden wäre. Bin ich auch nicht real? Nein. Du bist real. Natürlich. Real. Real. Relativ. Relativ. Zu diesem Ort. Lingerie. Dann... Wie viele? Zu viele. Wovon redet es? Zu viele was? Zu viele... Oh nein. Wir sind weit oben, Quincy. Es gibt viele Schichten unter uns. Ach du Scheiss. Ich habe vielleicht eine Welt erstellt. Aber jemand anderes hat meine erstellt. immer und immer wieder sehr viele Ebenen. Aber am Boden der Ebenen dort liegt die Welt, welche als erst Simulation gestartet wurde. Aber da jede Simulation eine andere erzeugt, wird das Original unten immer mehr beschwert. Bis endlich selbst, wenn nur eine weitere Simulation erstellt wird, egal wie abstrakt. Diese würde reichen, um sie zu überlasten und die komplette Struktur zu kollabieren zu bringen. Sagen wir, sind wir an der Spitze dieses Stapels? Ja, sind wir. Okay, immerhin. Dann... Es gibt etwas, das ich noch immer noch nicht verstehe. Warum schneidest du die Endlosschleife nicht einfach von Anfang an ab? Warum versuchst du, diese Welt zu erhalten, ohne uns zu eliminieren? Und warum bist du hier, dich überhaupt die Mühe zu machen, mit uns darüber zu sprechen? Warum redest du überhaupt mit ihm? Warum? Hey, ich bin genau hier. Das ist schwer zu sagen. Er ist... Er ist... Linri? Sag mir, wer ist wie für dich? Für mich? Oh. Für mich bist du niemand. Aber dann wieder, das bedeutet nicht viel. Ich bin nicht so unterschiedlich wie dieser Reissbot dieser Welt noch, Aldi. Du siehst nicht aus wie ein Reissbot. Nein, ich hoffe doch nicht. Warst du auch eine KI, welche für die Simulation umgerüstet wurde? Nun, nicht genau. Aber nach deinem Schlamassel räume ich auf jeden Fall auf. Diese Welten mögen Simulationen sein, aber die Automatisierung folgt immer noch den Gesetzen der Physik. Durch einen Fehler, wirklich? In solchen Fällen muss beispielsweise jemand manuell verhindern, dass alles implodiert. Zum Glück habe ich zufälligerweise eine angeborene Missachtung der Gesetze der Physik. Aber das ist alles eine Geschichte für einen anderen Tag. Oh, das kenne ich von den anderen Games. Oh. Gute Anspiel. So haben wir. So gut. Es gibt viele Tangenten da draussen hinter dieser. Jeder Moment erblüht zu unzähligen eigenen Zweigen. Aber diese besondere Tangente wird beobachtet, weil sie etwas Besonderes ist. Es ist etwas Besonderes, denn obwohl es an der Spitze des Stapels steht, war sie fast identisch mit der grundlegenden Realität. Dort begann sich alles auf die gleiche Weise zu entfalten. Deine Kindheit, deine Jugend. Deine Diagnose. Und genau wie hier gegen alle Widrigkeiten. Du hast weitergemacht. Niemals einen Moment zu verschwenden, um so viel von der Welt zu entträzen, wie man kann. Solange man noch kann. Du hast so viel gelernt, wie du konntest. Du hast alles versucht, was du konntest. Du hast jemanden kennengelernt. Jemand, mit dem du dir eine Zukunft ausgemalt hast. Und du hast einen Beruf ergriffen, in dem du das Gefühl hattest, etwas bewirken zu können. Zumindest für eine Weile. Bis zu etwas anderem wurde, zu viel, um es zu ertragen. Du bist geflohen, hast die Welt bereist. Und dich gefragt, warum du es nicht schon früher getan hast. Die fundamentale Wirklichkeit, von der wir kommen, ist immer gleich verlaufen. Das heisst, bis zu diesem Zeitpunkt. Als du von der Reise zurückkommst und erfahren hast, dass du schwanger bist, als du auf halbem Weg zwischen dir und dem Kind krank wurdest. Als du diese Entscheidung treffen musstest zwischen dir und dem Kind. Ja, das hat es ausgelöst. Du hast dich entschieden, deine Operation zu verschieben, bis er geboren war. Oh mein Gott. Du hast dich für das Kind entschieden. Okay. Herzlichen Glückwunsch, aber bitte ruhen sie sich gut aus. Aber warum hat sie sich dann schuldig gefühlt? Sie brauchen etwas Zeit, um es sich zu erholen. Doch wir sind schon recht vorgeschritten. Wir werden sie bald in den Krochenabteilungen verlinken. Das ist die andere Version, dass sie sich jetzt für das Kind entschieden hat. Und nicht für sich selbst. Aber es ging alles gut, so ich das sehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wie geht es ihm? Es geht ihm gut. Du bist diejenige, um die wir uns Sorgen machen sollten. Ja eben. Er ist winzig. Unser kleiner Tobi Reinhardt. Eigentlich diesbezüglich. Ich habe nachgedacht. Nun ja. Vielleicht, vielleicht sollte er stattdessen deinen Nachnamen annehmen. Mein Nachnamen? Ich meine, ich wüsste keinen Grund, der dagegen spricht. Aber nach all dem, kann ich mir eine Menge Gründe vorstellen, warum er das sollte. Das würde mir gefallen. Obwohl, Tobi passt nicht so gut mit Watts, oder? Hast du den etwas anders im Sinn? Ich wäre es mit Nil. Oh nein. Oh mein Gott. Okay. Ich kenne das nicht. Aber oh. Nil. Nil. Ja. Okay. Zu schön. Alles gut. Ach. Ja gefällt mir. Ah. So schön. Oh mein Gott. Neil Watts. Okay. Oh, ist zu schön. Ich weiss, ein kleines Game ist mir scheißegal. Ist zu schön. Oh, zu schön. Okay. Im Grunde genommen hatte dein Sohn nie die Schwierigkeiten, die eine frühere Geburt mit sich bringt. Er hatte die Kindheit gut überstanden. Aber sieh dafür. Du musst im Rollstuhl. Mit all der Liebe, die du und Quincy ihm gegeben haben. Okay. Aber was dich betrifft. Du hast dich nie ganz erholt. Durch die Verzögerung konnte die Behandlung deinen Verfall nicht ruhig machen können. Nicht gängig machen. Und du hast einen grossen Teil deiner restlichen Jahre bittlägiger... Bitt... Ja. Also genau umgekehrt. Doch vielleicht aus dem Willen heraus für ihn... Ich bin gut. Okay. Wenn da zu sein, hast du so lange über deine Progrose hinaus gelebt. Ach du schau. Um ihn aufwachs zu sehen, nur ein bisschen. Aber irgendwann, als du gefühlt hast, dass deine Zeit naht, hast du ein paar alte Freunde aufgesucht. Um ihm etwas zu hinterlassen, bin er auch... Ich kann ihn nicht mehr. Oh, nein. Zu viel, du hast ihm ein Stück sein... Ach, ich kann spiele ihn. Warum? Ich kann nicht mehr. Prüf dich, du zur Zeit, gab es keine Möglichkeit, sie zu entschlissen. Okay, ich habe es nicht erwartet, aber trotzdem, eines Tages, so hast du gehofft. Wenn es regnet, schüttet es. Kurz nachdem du gestorben bist, wurde bei deinem Sohn die gleiche Erdkrankheit diagnostiziert. Aber vielleicht war es eine Mahnung an seine, die längste Zeit hier, Memento Mori. Es hat ihm etwas... Ich... Ich kann nicht mehr. Und obwohl er besucht, sich von den anderen zu distanzieren, weil er wusste, was denjenigen erfahren könnte, die ihm zu nahe konnten. Und er war nicht bei allem erfolgreich. Langsam von dem Grundlagen ausgehend arbeitete er und arbeitete er. sich hin zu den Vorschlägen, die du hinterlassen hast. Aber trotz all dem, als die Zeit kam, immer und immer wieder wurde er von der Stiftung wegen deines Vorfalls abgelehnt. Stattdessen sucht er nach einem alternativen Weg, ja, den kennen wir. Ich kann nicht mehr. Ihr wollt mich alle verarschen. Er wendet sich an eine externe Firma, die die unvollkommene Technologie lizenzierte. Und ziemlich schnell hat er sich auch gearbeitet, mit etwas Hilfe von einem Freund. Es war ein Unternehmen, in dem er nach wie vor auf dem Chor und die Hardware-Technologie zugreifen konnte. Eine Firma, die es nutzte, um letzter Wünsch zu finden. Ich kann nicht mehr. Neues Leben, ja, ja, ja. Eine Firma namens Sigmund K... und eine Firma namens Sigmund K... ... ... ... ... Ja, ich kann nicht mehr reden, ähm, ja. Oh, scheiße. Ah, schön. Die Welt, in der wir leben und jede Welt auf dem Stapel, auf dem sie steht. Sie sind das Ergebnis des ersten funktionalen Stresstestes von ihm, der verfolgt sich in der Maschine. Der erste erfolgreiche Test. Scheiße. Das war der... Oh mein Gott, das war der offizielle erste Test von ihm. Und seiner Firma. Ich kann nicht mehr. Diese Maschine, die er gebaut hat, wofür ist sie? Letzten Wunsch erfüllen. Und das geht's. Ein Fenster zu einer Welt, in der jeder einen Teil von sich selbst rücklassen kann, wenn er nicht mehr da ist. Damit jeder, der jemals existierte, egal wie flüchtig. Einen dauerhaften Platz in dieser Welt haben kann. Und ohne sich früher rapschen zu müssen, als sie es müssen. Um all die verschiedenen Dinge zu sehen und zu erleben, die dieses Leben zu bieten hat. Mein ganzes Leben hier, seit dem Tag an, der geboren wurde. Ich wünschte, ich hätte damals eine andere Entscheidung getroffen. Ich bin so froh, dass ich irgendwo da draussen ist, dort. Ich bin so froh, dass er es geschafft hat. Ach du Scheiße. Es ist angezeigt. Jetzt wo wir die Grenzen der festgelegten Ereignisse überschritten haben, muss diese Tagente beendet werden. Es ist nur eine Tagente. Kannst du es nicht einfach nur dieses eine Mal laufen lassen? Aber es ist nicht nur diese eine Tagente. Tangent. Von den unzähligen Faden, die der Test zeugt hat, ist dies nicht der Einzige, die diesen Punkt erreicht hat. Während ich auf diesem Tag zu dir spreche, rede ich auch zu tausenden von anderen Versionen von dir anderswo. Auch sie haben es geschafft, tief genug zu graben, um mich zu finden. Und wenn ich sie nicht beende, wird die Stiftung scheitern und ungeachtet dessen alles mit sich nehmen. Diese Welt war nie dazu bestimmt, über diesen Punkt hinaus zu existieren. Aber. Die Welt und bei Seite. Ich habe vielleicht eine Möglichkeit, dir mehr Zeit zu geben. Wenn ihr bereit seid, kommt mit mir. Es gibt einen Ort, an dem wir gehen müssen. Anormaltik. Der Eisboot? Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Hey, können Sie mit uns kommen? Nein, leider nicht. Wo wir hingehen, gibt es kein Protokoll für Sie. Sie werden hier bleiben müssen. Okay. Hey, wegen dem, was vorhin passiert ist. Ich weiss, es war ziemlich beängstigend. Schau, ich nehme es dir nicht übel, dass du weggelaufen bist. Um ehrlich zu sein, ich war so in Panik, ich habe gar nicht gemerkt, dass du weg warst. Auf der anderen Seite, äh, es tut uns leid, dass wir die Welt gelöscht haben. Ich würde sagen, die Neugierde hat die Katze getötet, aber ich schätze, wir waren nie wirklich lebendig. Ich weiss ehrlich gesagt immer noch nicht, was du vorhast, aber vielleicht sehen wir uns eines Tages bei einem Neustart und finden es heraus. Pass auf dich auf, kleiner Bursche. Also, äh, das hast du gehört, richtig? Verstätigt, ich bin mit Tindris Daten zuvor verbunden. Aber keine Sorge, da ich gut versiert bin. Gut versiert, in was? Beim Aufhören zum Existieren, ich werde täglich ausgeschaltet. Ich bin noch, ich bin nicht sicher, ob das selbe ist, aber wollen wir es hoffen. Es kann keinen Unterschied im Nicht geben nichts. Lebe wohl, bis zum nächsten Mal. Lebe wohl, Reisbot. Die Hausverwalter wären ausser sich. Scheiss drauf. Boah. Brich. Ja. Geht es ihr gut? Nein, mir geht es nicht gut. Hey, Linri. Ja. Ja. Mir geht es mir aus gut. Nun, sollen wir gehen? Ja. Wir verlassen es. Linri. Ich bin bereit. So, wohin gehen wir? Irgendwo weit weg, aber du wirst in guter Gesellschaft sein. Nun, diese Fahrt könnte ein bisschen intensiver sein als die letzte. Möchtest du den Vordersitz oder den Rücksitz? Es ist mir eigentlich egal. Ich hätte zählen, ich kann sich nach vorne setzen. In Ordnung. Deine Entscheidung. Schön. Jach du Scheisse. Klasse. Physik. ja genau wir gehen jetzt zu dem moon wie das geht wir haben unser Ziel erreicht sieht so aus als wären wir die letzten die ankommen die letzten was ist das alles ok was sind es alle ist alles ok version von dir aus tangenten in denen ich mich materialisiert habe ja die die noch zu erwarten sind bewertbare nun wir können nicht jede abtrünnige version von dir erweitern aber wenn wir die die ähnliche genug sind zusammenführen dann gäbe es nur einen Satz an dem wir uns kämen müssten das ist der Weg um die abtrünnige endlos schleifern zu beenden und trotzdem dich zu behalten in einem gewissen Sinne wo wir gerade dabei sind ja ich glaube alle sind hier ja to the moon so ist das nicht schon besser tu mir leid dass du mich so sehen musst aber ich werde versuchen mich zu beeilen was machst du da habe ich es dir nicht schon erzählt ich rette die welt endlich etwas ruhe und fried du hast gott die erde zerstört all diese licht es ist zeit dass sie sich ausruhen damit andere weiterleuchten können jenseits dieses tohes wirst du ein neues leben für dich finden eines in der deine krankheit geheilt wird in der jeder glücklich bis ans ende seiner tage lebt also wir haben einmal sie hat sich entschieden ähm das kind vorzeitig schon zu bekommen dafür wurde sie geheilt also ja starb sie nicht und danach haben wir gesehen wie eigentlich er ihr Sohn die Firma gründen konnte und jetzt da es wird eine lineare illusion sein deren aufrechte haltung wenige ressourcen erfordert aber für dich wird es sich wie ein leben anfühlen so real wie dein eigenes betrachte es als ein abschiedsgeschenk hast du das gehört Lindri wir können die perfekte zeitlinie leben Lindri das macht keinen sinn ich bin überglücklich dass unser Sohn da draussen ist aber unsere aufgabe hier ist erledigt was wirklich jenseits dieser welt ist äh geschah ist bereits festgelegt warum sollte eine andere virtuelle reise eine rolle spielen wenn nicht einmal unsere eigene es tat ich habe schon alles gesehen was zu sehen gibt alles was wirklich zählt egal aber aber was wenn du es nicht hast ich meine meine mein Weltbild wurde auch zerstört zerstört ihn mehr aus einer Art und Weise aber wenn überhaupt erweitert das nicht die Möglichkeit anstatt sie einzuschränken und was das betrifft warum ist es überhaupt wichtig dass unsere Wirklichkeit nicht die grundlegende Wirklichkeit ist sie mögen nicht die Wirklichkeit sein aber sie war immer noch unsere Wirklichkeit und alles was wir kannten ich meine wer kann schon sagen dass ihre Wirklichkeit das ultimative Ende des Stapels ist ähm was hinter diesem Tor ist ist vielleicht nicht real in Bezug auf sie aber sie ist genauso real in Bezug auf uns und wer weiss vielleicht wird es ein Blick auf eine Realität sein die wirklich irgendwo da draussen ist eine Realität welche wir besuchen in der wir gemeinsam alt werden können das wäre doch schön ja mit dem Kind was sagst du dazu Geh weiter Eu neues Leben wartet auf euch hm 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und da wurde sich wahrscheinlich auch geheilt, wenn es sich gefreut hat, kann ich Leben so führen wie ein normales Kind. Was ich ja vor allem gewünscht hatte, das war ja das Grundproblem mit ihrer Diagnose. Oh mein Gott, die kotzen. Da waren sie überall, schön. Und dann das Kind. Ich bin schon durch, ich kann hier nicht mehr. Deshalb bin ich so, okay, die schöne Zeitlinie. Auch ihr Kind nicht beeinträchtigt ist und wirklich ein normales Leben führen konnte, dann wirklich eine eigene Firma gründet. Ja schön, wunderschön. Ich habe von Anfang an gesagt, ja eigentlich gibt es zwei direktive Ärzte, Doktoren, was auch immer. Professoren, die eigentlich immer so Fälle lösen und eben Erinnerungen dann erfüllen. Und das ist ihr Sohn und die andere Freundin, sie zwei. Oh, schön. Sehr schön. Dann haben sie die Firma gründet, geben den letzten Menschen dir, bevor sie sterben. Wenn sie noch, wird ihr Wunsch noch erfüllt. Und deshalb heißt das eigentliche Spiel auch To the Moon. Das erfüllen sie eben auch. Eben halt nicht real, sondern einfach, es fühlt sich dann so an, als wäre es real. Aber ja, wunderschön. Und man kann auch spielen. Ich kann doch schon jetzt nicht mehr spielen. Inanna nicht so einfach sein. Wunderschön. Halt. 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 Oh. 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 Und die Musik. Ja. Ah, den kann man mitladen. Okay. Dance. Yeah. Dance. Dance, dance. Ja, aber zuerst halt mit unserer Frau. Hallo? Dance, 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 dance. Dance, dance, dance. Dance, dance. Ah. Ich habe es erahnt, aber ja, dass es so reinhauen muss. Aber warum? Es ist ja schön. Es ist eigentlich schön, wenn es so etwas auslöst. Aber ja. Ein schönes Spiel. Ich meine, es ist Jahre her, als ich To The Moon and Finding Paradise gespielt habe. Ich erkannte, der Name war mir gleich klar, dass sie den Sohn Namen geändert haben. Neil. What? Da war ich schon okay. Ah. Na schön. Die perfekte Zeitlinie. Puh. Wir hatten einen guten Lauf, hä? Den Besten. Den Besten. Ah. Es ist an der Zeit. Das ist alles, was ich tun konnte. War es ausreichend? Mehr, als ich mir je wünschen konnte. Aber ich wünschte nur, er wäre tatsächlich hier. Er ist hier. Er war die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ja, ich bin. Ja, komm mit. Die ganze Zeit. All die Scheisse. Ja, er war die ganze Zeit hier. Ja, ich heule nicht. Nein. Und ab jetzt wird er es immer sein. Ja. Ja, ich. Und jetzt dann, jeder wird es sein. Prost. Ja, Prost. Schön. Ah. Puh. Mit ihrem Kind. Glücklich. Das Kind ist nicht mit der Beatmung drin, die auch nicht, ähm, Rollstuhl. Oh mein Gott. Nichts mehr. Die Musik. Sehr schön, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Das Spiel macht mich komplett fertig. Es sind dann Details, wenn man die anderen Spiele gespielt hat und es kennt. Und die Charaktere, das macht wirklich sehr viel aus. Du, was getan werden muss. Ja, wirklich so. Wunderschön. Fünf Stunden dreißig. Ja, also wie gesagt, wenn man halt die anderen Vorgänge schon kennt. To the Moon. Ich glaube, es gibt so ein kleines Mini-DLC, glaube ich. Weiss nicht mehr auswendig. Ich nehme Finding Paradise und das andere habe ich jetzt gar nicht vergessen. Das mit dem, äh, mit dem Flieger. Das ist auch nicht so toll. Also wirklich alles sehr, sehr günstig. Aber dann für solche Spiele gebe ich viel mehr, also bin ich bereit dazu, mehr Geld auszugeben. Klar, heutzutage sagt man, es ist fünf Stunden nur wert, oder sechs Stunden. Und für sechs Stunden gebe ich nicht 30 Franken oder 30 Euro aus, sondern nur, in Anführungszeichen, zehn. Und es ist dann nur zehn. Und für die Leute, die solche Spiele mögen, unbedingt. Aber ich glaube, es ist wirklich empfehlenswert, die anderen Spiele noch zu spielen. Zuerst. Ich glaube, das macht so einiges von mir aus. Aber ja, vor allem der Musik, Charaktere. Greenberg ist eben ein ganz kleines Indie-Game-Studio. Wunderschön. Wirklich sehr schön. Wirklich sehr schön. Wow. Oh, oh, Neil! Oh, Neil, da bist du ja. Genau, diese zwei sind eigentlich bei den Haupt-Games dabei. Also eben Into the Moon und Final Paradise. Mit denen spielt man und dann erfüllt man anderen Charakteren den Wunsch. Und die spielt man. Oh. Ich kann es einfach nicht mehr zurückhalten. Ich muss es dir gestehen. Das ist nicht lustig. Es ist ein bisschen lustig. Also habe ich das gut hingekriegt? Ja. Danke. Oh mein Gott. Also ihr müsst euch vorstellen, die Haupt-Dings war, dass die Mutter gesagt hat, nein, ich möchte, dass das Kind normal aufwächst und nicht beeinträchtigt wird. Und so ist er entstanden. Und dafür ist er aber früh gestorben. Und er dachte sich, nein, ich möchte für sie wenigstens noch erleben, dass beide eben das... Ja. Ich kann... Ja, nein, ja. Seltsam, dass du... Seltsam, dass das die perfekte Zeitlinie sein soll. Obwohl... Es fühlte sich nur deshalb perfekt an, weil es den Rahmen der Schwierigkeiten hatte, die es hier bereits gibt. Ohne das gab es nichts zu überwinden. Es zog vorbei, ohne auch nur eine bedeutungsvolle Wille zu machen. Aber dennoch. Kennst du die Bibliothek von Babel? Ich könnte sie kennen. Soll ich die Enzyklopädie... Darüber herunterladen? Schrägstrich Wikipedia? Ähm, nein. Das ist in Ordnung. Es ist diese theoretische Bibliothek von Büchern, die jede mögliche Kombination von Buchstaben und Satzzeichen enthält. Alles, was geschrieben werden kann, oder jemals geschrieben werden wird, kann dort gefunden werden. Es ist also hauptsächlich Unsinn und Getöse, aber... Ab und zu greift man nach einem Buch. Und es ist genau das, was man braucht. Äh, was ist das? Ein Umkreisverletzungsversuch. Ich muss los. Umkreisverletzung? Welcher Umkreis? Warte, du meinst doch nicht etwa. Stummkling. Neil. Ich habe deinen Tecker nicht, ich schwöre. Oh, sei nicht albern. Wir waren gerade in der Nähe. Wir sind jetzt in der Nähe. Vor einer Stunde waren wir noch sehr weit weg, bevor er sich entschied, in der Nähe zu sein. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Nicht wahr? Also, wie auch immer. Wir wollen irgendwo hingehen, wo es abgefahren ist. Bist du dabei? Wie toll. Erstaunlich toll. Schwer auszuschlagen. Meine Güte, da ist jemand ein echter Spielverderber. Nun gut, dann gibt es wohl kein All-You-Can-Eat-Eis für Neil. Ich sagte, dann gibt es wohl kein All-You-Can-Eat-Eis für Neil. Wir können genauso gut, Neil. Wer weiss, wann wir das nächste Mal in der Lage sein werden. Wie hast du dich so schnell umgezogen? Es ist ein Mantel. Kein Cocktail-Kleid. Ich erwarte Grosses. Okay. Du hast vergessen die... Äh, ist jemand da drinnen? Hallo? Ähm. Ähm. Bitte was? Hallo? Hallo? Folge X. Impostor Factory. Nein, das hört nicht so auf. Wollte mich verarschen? Da, das seht ihr. Folge to the Moon. Dann kommt Sigmund Korb. Episode 21. Und dann noch Fragezeichen. Das heisst, geht weiter. Vielen Dank, dass du die Serie über die Jahre weg... Ja, sehr gerne. Macht weiter so. Glaube ich, 22, 21 ist das Spiel rausgekommen. Glaube ich. Ich bin unsicher. Gerne weiter. Dankeschön. Gerne weiter. Ach du Scheiße. Oh. Und so. Ah. Und so. Und so. Okay. So geht das. Ja. Beenden wir das Spiel. Ach du Scheiße. Amen. Saint-P mr.